Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 352 der momentan noch mehr gefordert und gebrauchten Selbsthilfegruppe zur Eintracht. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gude. Irgendwo auf dem kalten Küchenboden der Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir müssen reden über Eintracht-Spiele und Transfers und aktuelles. Bevor wir dazu allerdings kommen, möchte ich noch eine kurze Info geben zu dem Thema Aufkleber. Die werden irgendwie super von euch nachgefragt. Also, da haben sich jetzt bedeutend mehr Leute in diese Liste eingetragen, was mich dazu bewegt hat, nochmal nachzubestellen. Hinter mir steht ein kleines Paket, da sind jetzt nochmal 2500 weitere Aufkleber drin. Ihr könnt euch also fleißig in diese Liste noch eintragen. Und ich werde die dann nach und nach in Umschläge stecken und verschicken. Die ersten knapp 100 Umschläge sind in der letzten Woche auf die Reise gegangen und haben auch schon Leute erreicht, wie wir auf Twitter gesehen haben. Aber das dauert halt einen Moment, bis ich die da alle eingetütet habe. Aber tragt euch fleißig ein und habet Geduld. Es wird irgendwann zu euch kommen. Genau, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf eintracht-podcast.de slash Aufkleber. Da steht das Formular und da steht auch, über welchen Weg ihr uns eventuell eine kleine Portospende in unseren Hut werfen könnt. Eine Portospende. Portospende, ja. Ja, das hat einen Moment gedauert, bis der bei mir ankam. Sorry. Ah, ja. Doof. You know what I mean, ne? Gut. Alles gut. So, dann lass uns mal über Transfers und Aktuelles sprechen, bevor wir über die Spiele sprechen. Und wir müssen natürlich, ähm, ja, das heißt, wir müssen, oder wir fangen mit dem an, was wahrscheinlich am meisten wehtut. Nicht nur uns, sondern auch dem Seppelrode. Der hat eine Knorpelverletzung im Knie und wurde jetzt operiert. Und damit ist, ja, Saison rum, was uns wahrscheinlich doppelt hart trifft. Zum einen, weil Verletzungen, und da ist er ja jetzt ja auch so ein bisschen vorbelastet, aber weil er uns jetzt eben auch dadurch im, ja, so wichtigen Saisonschlussspurt einfach extrem fehlt. Wie sehr werden wir feststellen, wenn wir über Mainz gleich reden. Ja, also Sebastian Rode ist wieder erwartend zu einem der Eckpfeiler dieser Saison geworden in der Rückrunde. Und das ist natürlich total, das ist brutal, bitter. Halt auch, weil er diese Verletzungen nicht zum ersten Mal hatte. Ich glaube, es ist jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal. Das ist jetzt auch, ja, die dritte, ja, in dieser Schwere auch. Diese Verletzung hat Knorpelschaden, das ist ein scheiß Ding. Ich habe die Befürchtung, dass wir ihn halt nicht wiedersehen, nicht mehr in dieser Stärke. Man weiß es nicht genau, aber alle Daumen sind gedrückt. Ich glaube, auch hier vom Eintracht-Podcast ist das ganz klar. Aber es ist echt, es ist echt scheiße. Also, ey, und dieses verschissene Foul da von dem Einschränzelspieler, das hat mir auch echt wütend gemacht. Danach war ja Ende Gelände bei ihm. Also da muss ich echt sagen, das war auch nicht fair gespielt. Das stimmt, ist ja auch echt ätzend. Du hast es Marvin schon richtig gesagt. Er ist richtig zu einem Führungsspieler mitgeworden wieder und hat sich auch super in die Mannschaft integriert. Das ist halt so, der hat das verkörpert, was wir oft gefordert haben. Gibt 110 Prozent, wenn es auch technisch manchmal ein bisschen hapert. Gerade Karte kämpferisch ist natürlich Rode gerade in der Saison mega, mega gut und mega wichtig gewesen. Und ja, ihr habt es schon richtig gesagt, es fehlt wieder auf einer wichtigen Position. Die Sechser-Position ist sowieso ja immer so ein Problemkind der Eintracht der letzten Jahre gewesen. Und Rode fand ich, hat das toll ausgeglichen, hat da super, super eingeschlagen. Schade, gute Besserung. Hoffen wir mal, naja, ist immer realistisch. Also wahrscheinlich auch in der nächsten Saison, wenn wir, auch wenn es zu irgendwelchen Transfers oder sonst irgendwas kommen sollte und wir ihn tatsächlich weiter verpflichten wollen und können, werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht wirklich ihn auf dem Platz sehen. Aber schauen wir mal. Zumindest im Kalenderjahr nicht, glaube ich. Also vielleicht ist ja der Neuzugang für die nächste Rückrunde. Ich weiß nicht, wenn er es nochmal schafft, es ihm zu wünschen. Aber der Marvin hat es ja schon gesagt, das ist ja nicht das erste Mal. Der war ja schon, als er von uns weggegangen ist, gab es ja schon so, wer weiß, vielleicht will er gerade nochmal einen Vierjahresvertrag unterschreiben, um sich finanziell abzusichern, weil das Knie vielleicht nur noch ein paar Jahre hält. Das wurde jetzt durch, wer war das, Kovacic war das, oder? Das müsste Kovacic gewesen sein, ja. Der eigentlich auch hätte vom Platz fliegen müssen dafür. Wie so viele andere auch. Ja, also das kann sein, dass das das beschleunigt hat. Also vielleicht hätte Rode noch drei, vier gute Jahre drin gehabt. Jetzt vielleicht weniger, ich hoffe trotzdem, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber es zeigt halt einen Punkt, der uns wirklich zum Verhängnis wurde auch. Gerade wenn wir uns über Williams aufregen und so. Toro hat sich verletzt, dafür kam Rode. Und dann waren beide dann irgendwann draußen. Toro kam nicht irgendwie so schnell rein, wie wir uns das erhofft haben. Die Doppelsex ist zu schwach besetzt. Das haben wir vor der Saison schon gesagt. Da fehlt was. Also da fehlte die ganze Zeit, was die Guzman konnte, das kurzfristig auffangen. Der hatte irgendwie so eine Hinrunde, mal eine gute Phase. Mit seinem Tor in Augsburg auch, aber da ist dann auch abgefallen. Fernandes kann es spielerisch nicht leisten. Und genau das wird uns zum Verhängnis. Die Gegner konnten sich dann zu sehr darauf einstellen, dass wir probieren, das Mittelfeld ständig zu überbrücken. Und wenn Rode nicht da ist und dann auch Haller nicht, weil dann hast du nicht mehr diesen... Und du zusätzlich halt auch vorne keinen hast, den... Der die festmacht, ja. Der die festmacht, der halt... Ja, und dann hast du halt das Problem und dann bist du relativ einfach, ja, auszurechnen jetzt nicht, aber du wirst halt relativ einfach im Keim erstickt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Ja, aber schauen wir mal. Er ist jetzt operiert worden. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und auch wie das dann verpflichtungstechnisch weitergeht oder auch nicht. Nach dem, was ich gelesen habe, will man jetzt erstmal gucken, bis zumindest so der erste Teil der Genesung durch ist. Und man sich dann an den Tisch setzt und mit ihm gemeinsam spricht, auch von Dortmund-Seite, wie es dann jetzt weitergeht. Also das wird noch einen Moment dauern, bis wir da ihn A wiedersehen vielleicht, aber auch bis überhaupt eine Entscheidung getroffen ist, in welche Richtung es jetzt vereinstechnisch irgendwie geht. Ist halt eine schwierige Kiste, weil du kannst jetzt... Normalerweise müsstest du sagen, okay, wenn wir den verpflichten, dann aber halt auch für Ablöse kannst du jetzt vergessen, denkst du. Aber ich meine, die Dortmunder, naja, die wollen bestimmt auch noch Geld für ihn, denken sich halt auch, okay, jetzt haben wir den ausgeliehen. Jetzt ist der Typ kaputt. Hätte er das Spiel gegen Chelsea nicht gemacht, hätten wir den locker für, was weiß ich, vier, fünf Millionen vielleicht nochmal verkaufen können. Weil er hat ja ganz klar seinen Marktwert auch bei uns gesteigert. Also das ist, glaube ich, keine ganz einfache Verhandlungsbasis. Muss man mal sehen. Aber wenn der Eintracht ihn kostenneutral weiterverpflichten könnte, dann wäre das trotzdem auch ein ganz guter Zug. Ja, das ist halt jetzt dann der Punkt, der zu klären ist, wie man sich da finanziell irgendwie... Er hätte aber doch jetzt nur noch dieses Jahr, also das nächste Jahr Vertrag gehabt, glaube ich, mit Dortmund als 220, läuft er, glaube ich, auch aus. Das heißt, wahrscheinlich wird er so oder so in die Krankenversicherung fallen bis dahin, bis er wirklich wieder auf dem Platz ist. Mal schauen. Also du hast ja vorhin, glaube ich, gesagt, mit Wintertransfer, könnte ich mir noch vorstellen, aber dann wirklich halt für einen Apfel und ein Ei, muss man dann auch wirklich sagen. Weil viel Geld willst du für so einen Spieler, der natürlich auch so eine Verletzungshistorie dann auch hat. Und du hast ja auch gesehen, klar, er braucht dann auch immer eine gewisse Weile, bis er wieder fit ist. Ich denke nicht, dass er uns im Winter dann wirklich schon helfen würde. Aber muss man einfach gucken. Warten wir es einfach ab. Warten wir es mal ab, ist das Richtige. Sondern dann haben wir ja noch jemand anderen, nämlich den Herrn Hinteregger, wo er auch noch so ein bisschen Vertragsunklarheiten sind. Und er hat sich ja jetzt dann nach den Spielen auch ganz klar geäußert, dass er eigentlich seine Zukunft eher in Frankfurt sieht. Das ist schön. Mal dann halt da jetzt auch mal gucken, wie man sich da mit Augsburg irgendwie vielleicht einigen kann. Also ich hoffe, ich bin mir nicht mal mehr sicher, dass diese ganzen Äußerungen und alles mögliche, was so passiert, ob das so sinnvoll ist. Beziehungsweise ob das uns in die Karten spielt mittlerweile, weil dieser Hype ist ja echt groß geworden. Ich will da gar keinen von uns anschauen. Also still wirst du dir nicht mehr verpflichten können. Nee, und günstig wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass diese Abwägung kommt zu sagen, ey Leute, das mit Augsburg hat nicht funktioniert. In Gladbach war es so lala. Er sagt selber, er will unbedingt hierher, dass man das Augsburg, alleine weil Augsburg dann auch mal seine Ruhe haben will. Also ich glaube trotzdem, das ist ein Asset von Augsburg, was für deren Budget ein großer Teil ist. Und ich hoffe einfach, dass die zeitnah auch planen wollen, wie sie damit umgehen und nicht bis zum 31.08. warten können, ob sie 10 Millionen mehr oder weniger haben. Ich glaube nicht, dass Augsburg ein Verein ist, der sich das leisten kann. Und das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Wenn du das mit einem großen Verein hast, die sagen, weißt du was, ich lasse dich am langen Abend verhungern, die 10 Millionen sind mir scheißegal. Augsburg sind diese 10 Millionen, glaube ich, nicht egal. Und ich glaube, dass die sagen, vielleicht nehme ich jetzt lieber direkt 10, anstatt so eine Hängepartie zu haben, um zu gucken, ob die Eintracht noch 14 zahlt. Und ich glaube nicht, dass die Eintracht noch zwei Jahre Vertrag normalerweise, ne? Glaube ich, aber 2021, glaube ich, ja. 2021, ne? Genau, ja. Okay, danke. Ja, also wird in der Tat spannend. Also ich sehe das so ein bisschen wie Basti, dass Augsburg, die ja auch relativ früh auch in ihre Kaderplanung jetzt dann einsteigen werden, einsteigen müssen, wahrscheinlich auch lieber das Geld früher als später auf dem Konto hätte. Auf der anderen Seite müssen wir halt dann auch erstmal vielleicht gucken, wie generell ansonsten die Abgänge auch sind. Also das wird eine spannende Diskussion. Aber ja, wie Basti auch so richtig sagt, ruhig und allzu günstig wird das Thema jetzt nicht mehr ablaufen. Augsburg hat aber schon die Nachfolge verpflichtet. Insofern ist es eigentlich schon mal nicht ganz so verkehrt. Also ich glaube, die Zeichen stehen auch da auf Abgang, aber wir müssen halt nur eine gute Lösung finden. Aber ich glaube, Bobic hat schon gute Arbeit geleistet und hat ja auch den einen oder anderen Transfer-Coup ja schon geleistet. Hoffen wir, dass er auch das in diesem Rahmen einfach machen kann und dann schauen wir weiter. Ich denke, Hintereiger ist für mich eine der ganz, ganz großen Schlüsselfiguren, die uns in der Saison zu oder der nächsten Saison als Aufbauspieler, als Spieler, die eine zentrale Säule auch sein könnten, ganz wichtig zu Gesichter stehen würden. Ja, also das auf jeden Fall, auch gerade auf der Position halte ich ihn gerade für einen sehr, sehr wichtigen Spieler, weil ja da auch zum Teil die Spieler links und rechts davon gezeigt haben, dass es gut ist, wenn er da ist. Und gerade da dann auch Leute zu haben, auf die du dich verlassen kannst, schadet ja jetzt auch nicht. Gerade im Hinblick auf die dritte Personale, Trapp, ich glaube, dass so eine Persönlichkeit trotzdem wichtig sein kann, weil Trapp war eine und da stehen die Zeichen ja komplett auf Abschied, wie ich das so vernehme. Also könnte das nicht nur spielerisch wichtig sein, sondern auch als Integrationsfigur haben wir jetzt gesehen und auch als Typ auf dem Platz, glaube ich. Als Lieder dann ein bisschen auch, ja, auf jeden Fall. Ja, weil der quasi eine Position vorher dann irgendwie so diese Führung übernimmt, weil Hans-Hebel wird auch nicht jünger, Trapp wird gehen und wenn ein neuer Torwart kommt, kann er, glaube ich, nicht, es sei denn, Radecki kommt zurück, aber das ist ja unwahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass diese Sonderkonstellationen, die wir bei Trapp hatten, dass er sofort wieder, weil er kannte, das ist das Umfeld, dass er sofort diese Präsenz hat. Das wird selbst ein Torwart, selbst wenn er eine ähnliche Klasse hat, das wird er nicht sofort machen, weil du kommst als neuer Spieler her, dann guckst du erst mal. Und da war Hinteregger ja eine echte Ausnahme. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also so wie der von 0 auf 100 zum Publikumsliebling und auch in der Mannschaft. Letztens hat man es ja im Interview gehört, dass Mitspieler sind ja auch nicht neidisch auf ihn und sagen, du bist hier neu, jetzt machst du hier schon den Chef. Nee, der ist halt ein guter Typ scheinbar. Und ja, das wäre doppelt wichtig, wenn er bleiben würde, finde ich. Du hast vorhin Hasebe angesprochen, Basti. Ich glaube aber auch, ein Abraham kann die Position nicht mehr so ganz einnehmen, wenn ich mir die letzten Spiele dann auch so angucke. Auch irgendwie entweder zu verletzungsanfällig. Ich finde auch Hinteregger wäre dann tatsächlich auch ein Kandidat für die Binde. Muss man einfach gucken. Müssen wir gucken. Aber ich sehe es ganz, ganz essentiell an. Ich finde es auch super, dass der Basti das eben angesprochen hat. Denn ich habe das Gefühl, dass wir nicht auf Trab setzen können. Also ich gehe schon davon aus, dass da die Zeichen auf Abschied stehen. Also ich habe jetzt auch irgendwie gehört, dass jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so verbrieft ist, aber dass er wohl auch seine Wohnung gekündigt hat, fristgerecht, hier in Frankfurt. Insofern. Ja, die Tendenz scheint wohl in der Tat da eher auf Vertragsverlängerung bei PSG zu stehen, was ich so gesehen habe. Weg zweiter Torwart dann, ne? Genau. Wo Vorderweg ist, glaube ich, ne? Da hat er aber keinen Bock drauf. Also irgendwie kurz vorm Abgang und dann wäre er hinter Areola, glaube ich. Dann quasi der Zweite. Jo. Also, ja, kann passieren. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, dass er dann irgendwie da hingeht und dort zweiter Torhüter wird. Aber das ist jetzt da noch nicht unser, das ist ja noch nicht unser Ansinnen. Da müssen wir mal gucken. Ich gehe ja davon aus, dass er dann woanders hingeht, weil der will Schermitzig spielen, der Bruder. Und das ist auch vollkommen verständlich. Wir warten einfach mal ab. Und die Eintracht, da müssen wir halt auch so überlegen, wäre es sinnvoll für die Eintracht, über 10 Millionen oder 10 Millionen in die Hand zu nehmen für Kevin Trapp? Ist ein weiterer Punkt, den wir diskutieren können. Da kann ich mich nicht zu einem bedingungslosen Jahr hinreißen lassen. Insofern. Das ist halt hohes Gehalt, ne? Ich tippe mal, ich meine, ich habe was gelesen gehabt, dass wahrscheinlich dann ein Paket zwischen 20 und 25 Millionen für die nächsten zwei bis drei Jahre auf uns zukommt. Und das ist natürlich dann schon... Ich glaube, das ist an Anbetracht der Tatsache, dass wir die Saison wahrscheinlich gerade verbaseln, auch zu viel. Sorry, also das kannst du machen, wenn wir jetzt irgendwie in die Champions League reingeballert werden und noch 70 Millionen für Jovic kriegen, wird wahrscheinlich nicht so sein. Weil, ja, keine Ahnung. Und deswegen wäre es mir lieber dann zu sagen, wir haben eine ganz, ganz stabile Säule und das ist Hinteregger, den wir dann verpflichten. Und den bauen wir dann was auf und wir müssen ja sowieso auch wieder drumherum bauen. Dann geht es dann wieder, wer wird der nächste Torhüter? Wir brauchen nicht darüber reden, dass jetzt Renault jetzt irgendwie eine Resurrection von Renault, die wird es nicht geben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre meine Frage, bist du dir da sicher? Ja, irgendwie schon. Also gefühlt bin ich mir extrem sicher, dass es da... Also da gibt es ja keinerlei Zeichen dafür. Der Eintere versucht jetzt gerade so ein bisschen, auch Renault mal wieder in den Fokus zu stellen, was ich total cool finde, zu sehen, okay, den gibt es noch und so. Aber der hat ja sonst wenig. Ganz ehrlich, nach dem Jahr, ich halte es für unwahrscheinlich. Hast du da eine andere Meinung zu? Nee, ich habe ähnliche Gefühle wie du, aber die kann ich nicht rational begründen. Das liegt eher daran, dass er gar nicht so präsent ist. Also ich habe das Gefühl, unser dritter Torwart ist präsenter in der Öffentlichkeit und auch im Team-Credit als unser zweiter. Ja, das stimmt tatsächlich. Du siehst keine Bilder, du hörst gar nichts. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist für mich Realität. Also da tut aber auch die Eintracht nichts dafür, dass er da irgendwie im Fokus ist. Für Renault ist es aber doch extrem unglücklich gelaufen, dass die Spiele, die er gemacht hat, halt extrem scheiße waren, auf gut Deutsch. War super schwach, jeden, den du fragst, auch so von Fans, wenn du so im Stadion immer mal so, ah, für Renault, bla bla bla, machst du einen Witz, komm, lass dir das Spiel, willst du hier alle fangen? Also die Leute haben so ein schlechtes Bild als Torwart von Renault. Aber das ist ja unfair. Ja, das ist super unfair. Das hat auch nichts mit Rationalität zu tun, Basti. Und deswegen wollte ich mein Gefühl so erklären, zu sagen, okay, ich denke es genauso wie ihr und ich habe auch dieses Gefühl, boah, das ist ja wahrscheinlich eine Bratwurst. Aber eigentlich haben wir diese Stichproben ja noch nicht gehabt, der war dann irgendwie verletzt, dann hat die Eintracht Schiss gehabt, dann gab es diese Situation mit Trapp, bla bla bla. Aber logischerweise, also wenn man ganz logisch denkt, müsste er ja eigentlich jetzt die Nummer 1 werden, weil er eigentlich für letztes Jahr schon als Nummer 1 eingeplant war. Und wirklich, die Zeit sich zu beweisen, hatte er ja nicht. Also der hatte ja nicht, dass wir eine Hinrunde mit ihm gespielt haben, sondern er hatte ein paar wackelige Spiele, wo die ganze Mannschaft übrigens wackelig war. Genau. Und ansonsten konnte er sich gar nicht beweisen. Das ist die Frage, ob die Verantwortlichen dieses Vertrauen, was sie scheinbar letzten Sommer hatten, ob die das jetzt auch verloren haben wie wir, oder ob die sagen, okay, das war jetzt eine Sondernummer mit Trapp, du warst verletzt, wir waren uns unsicher, aber du bist jetzt unsere Nummer 1, wie es eigentlich geplant war, jetzt halt nur ein Jahr später. Bin ich gespannt. Ich weiß, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Saison ist ja noch nicht vorbei und es kann ja immer noch ein bisschen was passieren. Wir haben ja noch ein Spiel, über das wir nachher sprechen werden. Aber aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so einer Sondersaison, in so einer Sonderwolke geschwebt haben in diesem Jahr. Denn da ist ja alles passiert, was man sich vorstellt. Da sind ja zwei Leute zurückgekehrt zur Eintracht, die der Eintracht damals extrem gut zu Gesicht standen und die auch wieder performt haben. Also im Grunde gut performt haben, wie Kevin Trapp, der hierher gekommen ist. Das war ja eine Verpflichtung, die kamen ehrlich gesagt schon wie Kai aus der Kiste. Natürlich gab es immer mal wieder die Gerüchte, aber das ist dann wirklich passiert. Und dann war der plötzlich da und verdrängt dann halt den Arthur Hütter. Wir haben eben über Rode gesprochen, der kommt dann auch noch und legt eine grandiose Rückrunde hin. Und da denkst du dir, wow, was ist hier eigentlich los? Wie auf einer Wolke geschwebt, diese Saison. Und jetzt kommen wir langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und dann muss man sich natürlich in der Tat die Frage stellen, inwiefern kann ich mit Renaud agieren? Weil der Basti hat vollkommen recht, der hat keinen Stich mehr gesehen. Der hat aber auch kaum Chancen bekommen in der wackeligen Zeit, in der jeder eigentlich noch nicht das System von Hütter hundertprozentig verstanden hat. Da sah er halt auch kacke aus. Ja, und dann macht er aber, und er hat mal ein Europacup-Spiel gemacht, das war gut. Aber wir haben faktisch keine valide Grundlage, auf der wir sagen können, okay, Renaud ist scheiße. Es ist aktuell nur das Gefühl. Ja, das recht. Vielleicht sollten wir ihn zu früh nicht abschreiben, aber er startet halt echt mit einem Handicap. Ja, und da wäre für mich die spannende Frage, wie die Eintracht das dann kommunikativ auch begleitet. Ich meine, sie hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, und der Jannik hat das gerade eben auch nochmal im Chat geschrieben, mal gesagt, dass Renaud dann quasi Nummer eins wird, wenn Trapp nach der Saison geht. Die Frage ist halt, wer erinnert sich da noch dran? Ja, und wie begleitest du das dann quasi an der Stelle dann halt auch kommunikativ? Weil, was halt nicht passieren kann oder darf, ist, dass es dann so eine, ja, der eine ist weg, den konnten wir nicht halten, den anderen haben wir nicht gefunden, jetzt ist er halt wieder Nummer eins Story. Das darf es halt nicht werden, weil dann hast du das Handicap halt gleich mal verdoppelt. Ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, in welcher Position du am Ende der Saison landest. Bist du Achter, machst du es genauso. Also, wenn du Achter bist und du weißt, du spielst nicht international, dann baust du automatisch mit weniger auf. Und weniger heißt in dem Sinne, du suchst dir jetzt nicht zwingend, das Wichtigste ist dann nicht, einen Torhüter zu suchen, der wieder über Renaud stehen kann, sondern du musst erst mal sehen, dass du einigermaßen die Mannschaft wieder zusammenbekommst, dass die gut fähig ist, auch nächstes Jahr wieder um die europäischen Plätze mitzuspielen. Das wird schwierig genug, weil es ja auch klar ist, dass uns extrem viele Spieler dann verlassen werden. Also, Rebic steht immer noch mehr als auf der Kippe, Jovic wird wahrscheinlich weg sein. Wer weiß, ob uns in den hinteren Reihen vielleicht noch irgendwie jemand verlässt. Du musst ein bisschen Neuaufbau, also extrem viel ist übertrieben, es werden uns ja auch viele Spieler aus der zweiten, dritten Reihe verlassen, aber es werden uns einige Spieler verlassen und es wird wieder ein bisschen Neuaufbau geben. Und dann wird wahrscheinlich eher Renaud als erster an den Start gehen. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen die Champions League Qualifikation noch erreichen oder die Champions League, dann gehe ich fest davon aus, dass er nicht als Nummer eins installiert wird. Das ist auch eine blöde Situation, die wir uns da gebracht haben. Das ist natürlich eine Luxussituation, weil ich habe jetzt nicht damit, konnte ja keiner rechnen. Aber dass du jetzt halt, das ist ja, guck mal, überleg dich mal die Situation, wir können von Vierter bis Achter noch alles werden und das sind ja elementare Schritte. Also Vierter ist was anderes als Sechster und Sechster ist was anderes als Achter. Ja, das sind drei komplett verschiedene Szenarien, finde ich. Also finanziell und personell. Eben, du kannst ja diesen, du kannst ja, wenn du Achter wirst, kannst du ja keinen breiten Europa League Kader leisten. Haben wir dieses Jahr auch nicht gemacht. Brauchst du ja auch spielerisch nicht. Auf der anderen Seite, wenn du halt doch am Ende noch in die Champions League reinrutschst, dann muss der Kader definitiv noch breiter werden, weil dann ist das nochmal eine ganz andere Thematik. Und in Zeiten, wo Transfers eigentlich jetzt schon fresh sind, ist es gar nicht so einfach. Also das ist wirklich, natürlich Luxussituation. Wir hatten die Situation auch andersrum. Marvin und ich sind nach Nürnberg gefahren, das erzählen wir ja in der letzten Zeit immer gerne wieder, um uns ein bisschen zu beruhigen. Wir warten davon, ja. Da kannst du ja gar nicht planen, weil Erste und Zweite Liga sind nochmal was ganz anderes. Ja, klar. Wenn du jetzt weißt, ob du Achter oder Sechster wirst, sage ich mal, ich gehe auch davon aus, dass die Planungen so hingehen, zu sagen, wir haben ein Europa League Szenario, ein nicht Europa League Szenario und Champions League ignorieren wir mal. Und dass man dann sagt, okay, da weiß ich nicht, da gibt es vielleicht drei Spieler oder vielleicht sogar ein, zwei Leihspieler, die man sagt, wenn wir auch Rolik spielen, holen wir die dazu, um die Breite zu erhöhen. Das geht, glaube ich, noch. Aber es ist halt trotzdem nicht ideal. Ja, klar. Du kannst die beiden Ausgangslagen nicht vergleichen, also Nürnberg und das, wo wir jetzt gerade davor stehen, weil du im Zweifelsfall so oder so jetzt erstmal weißt, dass du Ende der Saison bedeutend mehr Geld in der Kasse hast, aus diesen ganzen Prämien plus Fernsehgelder plus dann dem Verkauf von 1 bis x Spieler, das bringt halt auch erstmal Geld. Das ist halt dann auch nochmal was anderes. Das bringt Geld, aber du musst natürlich auch mehr für die Spieler auf den Tisch legen. Jeder weiß, dass du mehr Geld hast. Das ist ja immer das Problem. Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist korrekt. Aber so ist es. Schauen wir mal, was da passiert. Einfacher wird es jetzt erstmal die nächsten Tage nicht. Dann gibt es aber auch noch hier Gerüchte in Richtung Verpflichtung. Marco Krujic. Ja, von Hertha BSC Berlin ja aktuell, beziehungsweise von Berlin, beziehungsweise von Liverpool, von Berlin ausgeliehen, so muss man es ja richtig sagen. Interessanter Spieler auf jeden Fall, zentrales Mittelfeld, könnte natürlich für uns, kann auch defensives Mittelfeld spielen, ist vielleicht jemand, der tatsächlich ein bisschen Torgefahr mitbringt, hat in 21 Spielen fünf Tore gemacht. Eine Vorlage ist jetzt nicht super, aber auf jeden Fall auch nicht schlechter. Ja, das Laie. Also den würde ich ganz ehrlich, Leute, wenn wir den kriegen, das ist eine Hausnummer. Also das ist gerade für diese Position, wo wir es brauchen. Also eine Laie könnte ich mir da nämlich vorstellen, er hat noch Vertrag bis 23 und da kann man definitiv, denke ich, mit Liverpool was machen. Obwohl natürlich Hertha da auch größtes Interesse hat, diese Laie zu verlängern. Ja gut, aber da kommen wir genau zu dem Punkt, den wir eben hatten. Das ist genau dieser Typ Spieler, der kommt wahrscheinlich nur, wenn wir Eurodick spielen, weil Liverpool auch will, dass der Internationalerfahrung sammelt. Da kann die Hertha kacken gehen. Wenn die Eintracht Sechster wird, dann kriegen wir den eher als die Hertha, weil Liverpool sagt, okay, ich kann den besser ausbilden und der Typ ist ein Brett. Das ist ein richtiger Bretter Spieler. Also der wäre instant der beste Sechster bei uns. Und ja, ich habe auch gelesen, dass der der beste Kumpel von Jovic sein soll. Der wird ihm auch schon sagen, hier, das geht gut ab da. Und der Brata ist auch gleich, also die Kontakte wären da. Ich glaube, das ist ein Transfer, der schon in die Wege geleitet ist, der aber wirklich damit steht und fällt auf Internationalspielen. Ja, und du weißt ja jetzt auch noch nicht, wie es für Liverpool dann jetzt weitergeht, ob die jetzt da, die werden ja auch nochmal kadermäßig so ein bisschen sich umorientieren. Ja gut, also das wissen wir jetzt alle nicht. Aber wenn der zumindest schon mal bei uns irgendwie gehandelt wird und wenn da mehr drin sind, wäre das eine brutale Verpflichtung. Also auch leihweise hätte, hätte richtig einen schönen Geschmack. Ja, das wäre sowas Positives. Das könntest du jetzt auch dann relativ zeitnah, wenn da was dran ist, irgendwie mal ans Reißbrett nageln. Das wäre auch nochmal schön. Ja, generell. Also ich meine, es würde jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht verkehrt sein, wenn du jetzt nochmal irgendwas verpflichtet und irgendwie raushauen würdest. Aber das wissen wir halt nicht. Oder eine Verlängerung oder so. Wäre schon, glaube ich, ganz gut. Nochmal ein ganz gutes Statement, so nach dem Motto, es geht auch weiter. Und jetzt hier kurz vor dem letzten Spiel hauen wir nochmal was raus. Das hat die Eintracht ja auch schon mal gemacht. Müssen wir sehen. Aber auf jeden Fall wäre es ein Top-Spieler. Würde uns gut zu Gesicht stehen. Ja. Das definitiv. Ja, ich glaube, dann sind wir da mit dem Block aktuelles erstmal durch. Zumindest von dem, was wir uns hier aufgeschrieben haben. Ja, du siehst aber, es ist halt A und O, wo landen wir am Ende der Saison? Also jetzt haben wir natürlich über ein paar Spieler gesprochen. Es gibt noch zwei weitere Spiele in der Verlosung. Und da trennt sich halt auch wieder die Spreu vom Weizen. Die Champions-League-Chancen bei uns sind ja logischerweise extrem gesunken. Das hat man ja mitbekommen. Brauchen wir ja alle keine Propheten. Und jetzt gibt es schon den einen oder anderen Spieler, der halt jetzt wahrscheinlich nicht zu uns wechselt. Obwohl der halt in diese Richtung angeplant war. Auch in Sachen Kaderbreite. So jemand wie Anton, der Hannover, der von Hannover jetzt weggehen wollte. Und der wird jetzt wahrscheinlich bei Schalke anheuern. Weil die halt einfach mehr ein größeres Festgeldkonto. Oder einfach ein bisschen nochmal ein Stück weit liquider sind. Und wir uns dann sowas dann halt auch nicht leisten wollen. Aber das hättest du mit Champions-League-Einnahmen natürlich besser hinbekommen. Das ist ein Perspektivspiel, ein guter Spieler. Mal gucken, es gibt noch einen vom Klub aus Nürnberg. Wenn wir den Spieler bekommen, wäre das auch eine ziemliche Granate. Da müssen wir abwarten. Aber es sind ja alles keine Selbstläufer. Und mit der Platzierung verändert sich natürlich die Verfügbarkeit. So ist es auf jeden Fall. Ja, das ist leider, leider wahr. Und da sind wir auch so ein bisschen selbst dran schuld. Muss man halt auch dazu sagen. Nun gut. Jetzt haben wir versucht, das Sprechen über die Spiele so ein bisschen hinaus zu zögern. Kommen aber jetzt dann doch nicht mehr drumherum. Und fangen hier natürlich chronologisch in der richtigen Reihenfolge an. Und sprechen über das Rückspiel gegen Chelsea als erstes. Basti hat ja schon so ein bisschen Reisebericht bei 390 abgeliefert. Und auch seine Hotel-Story erzählt. Also wer dazu mehr hören will, darf da bei den Kollegen einschalten. Ja. Marvin, du warst auch vor Ort. Du hast bei 390 noch nichts erzählt, weil du nicht dabei warst. Magst du hier dann nochmal so ein bisschen deine Reise schildern? Ja, ist halt total geil. Weil es wahrscheinlich einen ganz unterschiedlichen Eindruck hat als das, was Basti erlebt hat. Basti kann es ja gleich noch sagen. Basti hat sich so mega überzeugt von der Stadt. Ich habe da ein bisschen einen anderen Zugang, weil ich irgendwie jetzt das 25. Mal da war oder das 26., weil meine Cousine halt dort wohnt. Wir haben auch bei meiner Cousine geblieben. Insofern war das ein Stück weit relaxter. Also auch, weil irgendwie familiärer ein Stück weit. Und wir haben, keine Ahnung, während Basti wild eskalierend hoffentlich mit ein paar Leuten ein Bierchen getrunken hat. Am Mittwoch habe ich bei meiner Cousine am Tisch gesessen. Wir haben Sushi zusammen gegessen. Wir haben Familienkramsgeräte. Das war ein bisschen relaxter. Ich habe dann auch einen anderen Zugang zur Stadt. Donnerstag hat es mich dann geärgert. Wir sind ja von Berlin geflogen. Da war das Ticket auch schön günstig. Wir kamen direkt von der Republika, Jan und ich. Und ja, Donnerstag hat es mich ein bisschen geärgert. Da haben wir jetzt alle beim, was, Leicester Square, glaube ich? Ja, Leicester Square, ja, genau. Genau, und das war ja an sich ganz cool, aber es hat dann ein bisschen geregnet. Das Wetter war so ätzend. Ja, und gerade, wo wir dann irgendwie von 2000 live aufgenommen haben, war dann ein bisschen nervig. Ja, was mich halt grundsätzlich einfach gestört hat, ist halt diese extreme, strenge Haltung in den Stadien. Das habe ich natürlich jetzt zum ersten Mal halt mitbekommen. Das war mir davor nicht so ganz bewusst. Aber das, ja gut, ist natürlich schon eine Frechheit irgendwie. Auch zum einen halt, dass wir als Eintracht-Fan sowieso wenige Plätze bekommen haben und dann muss man halt ruhig sein. In den Fernblöcken kann ich das nachvollziehen, aber naja, da gab es schon ein bisschen eine Snitch-Kultur. Da habe ich schon mitbekommen, dass drei, vier Leute irgendwie auch runtergegangen sind zum Ordner. Dann haben wir gesagt, hier, wie sieht es aus? Da hat jemand irgendwas gerufen, scheint Eintracht-Fan zu sein. Finde ich ein bisschen uncool. Ansonsten, ja, genau. Also bei meinem Platz war es ansonsten aber ganz okay. Also direkt neben uns waren die alle ganz cool. Die haben auch gemerkt, dass wir Eintracht-Fan sind und haben trotzdem mal nicht großartig gejubelt. Aber ich habe es halt gesehen, dass echt so drei Leute da irgendwie sich bemüht, sich gefühlt haben, irgendwie den Ordner da anzustiften, die Leute rauszuschmeißen sozusagen. Das war uncool, ja. Machen die das dann auch? Also wirst du dann quasi dann aus dem Block entfernt? Es wurden tatsächlich welche entfernt, ja. Ja, also es wurden auf jeden Fall welche entfernt. Bei mir jetzt in dem Block habe ich nur deutliche Ermahnungen gesehen. Also sie wurden nicht rausgeworfen. Ich habe das aber auch nicht so in dieser Stringenz verfolgt, aber es war auf jeden Fall so, dass die angemahnt wurden. Ja, und am Donnerstagabend, ganz ehrlich, nach dem Spiel, auch kein Bock mehr irgendwie großartig was zu machen. Ich glaube, da hatten die wenigsten noch großartig Bock irgendwie was zu machen. Oh, der Dennis doch. Der Dennis ist ein bisschen eskaliert, habe ich gehört. Ja, 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 auf jeden Fall, klar. Das war Frustbewältigung auf jeden Fall. Therapiegruppe, nicht nur reden, auch mal ein bisschen noch was trinken. Nein, war auf jeden Fall im Stadion, Marvin, wie du... Ja, wo war der denn? Wie bitte? Äh, Suh Club. Ach ja. Da war ich den Tag vorher, lieber Dennis. Richtig. Auf meiner Bankkarte auf jeden Fall. Ja, feine Sache, feine Sache. Nein, also haben wir auch noch Martin Fähning getroffen. Übrigens, Grüße, Grüße an dieser Stelle. Ja, war wirklich noch ganz nett, für das, wie halt das Spiel vorher verlaufen ist. Aber Marvin, um auch nochmal deine Sache aufzugreifen, unsere Plätze waren auch nicht schlecht. Wir hatten aber jetzt so Chaoten im Block, die tatsächlich auch dann richtig Streit anfangen wollten. Haben dann auch mit der Fahne ein bisschen nach uns ausgeholt. Und tatsächlich in unserem Block aber auch zwei Leute entfernt worden von Ordnern. Und was sowieso ja ätzend war, war, dass du ja generell, aber ja nicht nur als Eintracht-Fan, sondern generell als Fan, nicht lange aufstehen darfst, nicht stehen darfst, kein Bier darfst du mit in den Bereich nehmen. Du darfst im Endeffekt, draußen wurden ja auch dann in der Halbzeit nur die Bierverkaufsstände geöffnet. Die wurden ja dann auch wieder während der Spielzeit geschlossen. Das ist schon ein seltsames System. Wenn ich Lust habe, ein Bier trinken zu gehen, dann will ich ein Bier trinken. Und wenn ich in der Zeit jetzt mal dann das Bier dann vielleicht auch mit reinnehmen will in den Block, dann ist das, denke ich, meine Sache. Ist da völlig unmöglich gewesen. Keine Ahnung, ob das jetzt speziell an unserem Block dann lag, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ja, war schwierig. Also die Situation war schon teilweise echt ziemlich am Eskalieren. Die Leute, gerade als dann auch natürlich das Tor gefallen ist und entsprechende Jubelszenarien abgefeiert wurden, das wurde nicht gerne gesehen. Also da war es wirklich dann so, dass sie auch hart durchgegriffen haben. Aber gut, muss man mitleben. Und ansonsten war natürlich die Stimmung überragend. Wir konnten dann auch kurz vor, ja, ich sag mal kurz vor der Verlängerung, konnten wir dann nochmal den Block wechseln in eine größere Gruppe von nur eigentlich nur noch Eintracht-Fans, die dann ja auch entsprechend, ja, mit der Verabschiedung am Ende ja auch dann, glaube ich, wie lange haben wir denn da überhaupt gestanden? Eine Viertelstunde, ja, wo auch nochmal die alle Schals hochgehalten wurden. Das war schon nochmal ein beeindruckendes Bild, wenn du dann gesehen hast, wow, wie viele Eintracht-Fans dann doch im Stadion waren, die auch horrende Summen bezahlt haben, wenn man sich so umgehört hatte, waren ja wirklich ein Durchschnittsticketpreis dann so bei 200 Euro, der da ausgegeben wurde. Das ist natürlich schon was, wo man sagt, wow, da merkst du wirklich, die Liebe zum Verein ist größer als die Hindernisse, die aufgestellt werden. Und nee, war schon auf jeden Fall trotzdem eine coole Sache. Mir hat die Stadt auch, Marvin, mir geht es da ähnlich wie dir, ich war auch schon sehr oft in London, hat mir jetzt an sich eigentlich wieder gut gefallen. Natürlich, die Situation hätte viel, viel cooler noch enden können, wenn einfach das Ergebnis noch ein bisschen glücklicher für uns ausging. Ja, aber ich muss echt sagen, ich brauche einfach mal einen Zugang, was ich echt, das habe ich ja in den ganzen Malen, als ich da war, eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Ich meine, wo ich mal hingegangen bin, habe irgendwie ein Bierchen getrunken oder so, ne? Aber so ein Clubleben oder so ein Nachtleben in London habe ich noch nie so eine Einführung bekommen und das muss ich irgendwann nochmal ändern. Musst du Martin Fehn ihn anrufen, der zeigt dir, wie es abgeht. Ja, konntest du denn überhaupt mit dem sprechen? Hat er Deutsch gesprochen oder was ist los mit dem? Mischmasch, ne? Also es ist so halber, halber. Also man hat sich schon irgendwie verständigt. Man muss auch dazu sagen, es war schon relativ spät und es lag nicht an mir, dass man sich nicht mehr wirklich gut unterhalten kann. Aber mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen. Okay. Naja, alte Bekannte. Also wenn du sowas wie den Zoo Club haben willst, Marvin, dann fahre ich einfach mit dir hier in Frankfurt ins A66. Das ist ähnlich. Ne, will ich nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich will ja was anderes, deswegen eine Einführung. Ich freue ja, also das Zoo wusste ich ja dann durch dich schon, dass man da hingehen kann und irgendwie typisch englisch gekleidete Männer und Frauen sehen. Genau. Ja, liebe Hörer und Hörer, stellt euch einfach darunter vor, was auch immer ihr wollt. Ja gut, aber das Spiel selbst habe ich dann aber einigermaßen gut irgendwann verkraftet. Ja. Wie geht es euch dann? René, erzähl du doch mal ein bisschen was. Wie hast du denn das Spiel? Genau, wie hast du es auf der Couch gesehen? Also ich habe einen Großteil der Zeit gestanden, das darf ich aber auch in meinem eigenen Wohnzimmer, das ist der große Vorteil. Es war anstrengend, also ihr könnt ja gleich da nochmal sagen, wie es euch im Stadion gegangen ist, das war emotional sehr, sehr anstrengend. Und gerade die Verlängerung hat mich echt Nerven gekostet, das war mega schwierig. Ich glaube, das liegt halt wirklich auch einfach daran, dass du dann da, ja ohne so diese ganze Bezugsgruppe außenrum, ohne so diese Emotionen, die dich da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen auffangen, da unterwegs bist. Und ich habe dann zusätzlich immer noch das Problem, dass wenn ich anfange, wenn ich dann aufspringe, um zu jubeln oder irgendwas oder mich ärgere, der Hund immer vor mir steht und bellt, das macht dann auch immer noch so ein bisschen schwierig. Das war schon, schon anstrengend. Wobei ich auch sagen muss, und das wäre jetzt vielleicht nochmal so eine Frage an euch, wie es euch damit jetzt knapp eine Woche danach geht. Ich habe festgestellt, umso länger die Zeit her ist, umso mehr läuft mir das irgendwie noch nach. Also ich habe heute Morgen 3,90 gehört und hatte dann gerade so diesen Teil, wo nicht mal Basti erzählte, sondern wo Axel quasi das so aus seiner Sicht nochmal zusammengefasst hat. Und ich stand da und war schon wieder irgendwie kurz vorm Flynn. Geht nur mir das so oder läuft euch das auch noch so ein bisschen so nach? Ich werde das jetzt alles ehrlich gesagt noch nicht klar bewerten können. Basti, wie ist es bei dir? Also mir ist es jetzt alles noch zu nah dran. Ich muss die Saison auch am Ende erstmal verarbeiten. Also ich muss sagen, ich war auch, ehrlich gesagt, während dem Spiel habe ich ja schon erzählt, sehr nah am Wasser gebaut in verschiedenen Situationen. Vor Freude, Rührung oder sonst irgendwas. Und nach dem Spiel halt auch, weil ein Kollege von uns keine Karten, also weil er Karten hatte und nicht rein durfte. Das war auch eine bittere Situation. Ich muss aber sagen, dass dann dieser Mainz-Downer, der war zu nah dran, als dass sich das Gefühlsmischmasch, was jetzt gerade herrscht, zwischen einerseits dieser Stolz über die Saison, dann trotzdem schade, weil es Elfmeterschießen und dermaßen knapp war. Gleichzeitig aber echt heroische Leistung insgesamt war und diese Szenen nach dem Spiel. Dann aber dieser Downer gegen Mainz und jetzt wieder diese latente Mini-Hoffnung gegen München. Also das ist mir alles zu viel gerade. Deswegen, das jetzt in meinen emotionalen Bann zu kanalisieren, ist mir noch nicht gelungen. Ich schwanke, ich bin momentan wie so ein Schizophrener, laufe ich durchs Leben. Von zehn Minuten später habe ich mich wieder schlecht gelaunt und dann habe ich mich wieder genervt und dann habe ich wieder Bock und dann habe ich wieder dies. Ich habe keine Ahnung, ich weiß momentan wirklich nicht, wohin mit mir und das überträgt sich tatsächlich auch auf mein Privatleben. Marvin kriegt es ja sogar mit. Marvin hat mich jetzt in den letzten paar Tagen schon zweimal gefragt, ist alles in Ordnung mit dir? Weil meine Gesichtszüge entgleiten. Ich gucke manchmal wie, als weiß ich nicht, als wäre jemand gestorben und gleichzeitig wieder, als hätte ich 10.000 Euro gewonnen. Also es ist ganz, ganz merkwürdig und sehr, sehr anstrengend. Und ich bin froh, sehr, sehr froh, wenn die Saison vorbei ist. Und eigentlich müssten wir alle zusammen, weiß ich nicht, irgendwo in die Berge in Kur fahren, auf so eine Hütte und einfach nichts machen. Völlig abstinent, genau. Ja, und genau, kein Alkohol, frische Milch trinken, Dennis holt morgen irgendwie morgens Brötchen und so. Kuh kommt vorbei zum Streicheln oder so, ja. Keine Ahnung, es ist echt viel gerade, weil du hast nicht so eine Konstanz in den Emotionen, dass du sagst, es ist alles scheiße wie bei einem Abstiegskampf oder es ist alles geil wie die Champions League. Sondern du hast, diese Achterbahn in der Liga, die ist ja schon länger jetzt. Also wir haben uns über Augsburg aufgeregt, Hertha aufgeregt, in Wolfsburg habe ich mich geärgert. Jetzt gegen Mainz war so der Höhepunkt, was die Bundesliga betrifft. Und gleichzeitig hast du aber immer wieder diese Ausschläge nach oben in den Europa-League-Spielen gehabt, die ja richtig krass Ausschläge waren. Das ist ja nicht mal so, dass du sagst, ach, das war ganz cool, sondern das war ja richtig krass. Und jetzt hast du diese komplette, eigentlich weißt du, die Saison ist im Arsch. Du weißt aber nicht, ob die hinter uns auch genauso dumm sind wie wir. Du weißt nicht, ob nicht doch ein Wunder passiert. Wir haben auch das Pokalfinale gegen Bayern gewonnen und wir können dort noch zum Meister machen. Also es ist ja, es ist vor dem letzten Spieltag noch zu viel drin, als dass man das irgendwie einordnen könnte. Deswegen hat Marvin schon recht, lass uns abwarten. Und selbst dann müssen wir, glaube ich, noch mal eine Woche warten, um das hier wirklich seriös zu bewerten. Also ich glaube nicht, dass wir dann, wenn wir Dienstags nach mal Dings aufnehmen, egal was passiert, dass wir das da schon seriös bewerten können, sondern da sind wir dann, glaube ich, erst mal fertig. Das ist wie, ich glaube, jeder kennt das. Das werden die Leute gehabt haben, wenn du irgendwie Abschlussprüfung, Abitur oder Studium vorbei hast. Und du bist vor dieser Prüfung so im Stress die ganze Zeit und denkst dann, ach geil, wenn es vorbei ist, bin ich erleichtert. Aber bist du gar nicht. Das ist mein Doch. Genau. Du bist erst mal so, hä? Okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich freue mich mehr, wenn es vorbei ist. Also das ist so, das wird uns wahrscheinlich jetzt auch bevorstehen. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, ansonsten, spielerisch, wie bewertet ihr das? Zumindest mal die 120 Minuten vor dem Elfmeterschießen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das hat auch jeder schon alles dazu gesagt. Also ich meine, dass die Eintracht eine unfassbare Leistung geliefert hat. Dass die Eintracht eine der, was weiß ich, besten Leistungen deutscher Mannschaften im Europacup in den letzten Jahren gezeigt hat. Das ist Fakt. Also ich meine, wir sind ins fucking Halbfinale gekommen. Und Alter, überleg dir mal, was wir alles geschlagen haben. Und überleg dir mal, dass wir 4-2, äh, 2-4 in Lissabon waren, ja. Und jeder wusste, ey, das Ding ist noch nicht gelaufen. Wir haben das entscheidende zweite Tor geschossen. Und dann spielen wir hier zu Hause gegen Lissabon einfach genau das 2-0, was wir brauchen. Und das war schon krass. Und dann reist du zu Hause gegen Chelsea hier in Ast ab. Und dann bist du in London und spielst noch besser als die. Du hast fucking besser gespielt als Chelsea. Das muss man wirklich so sagen. Das war teilweise, hatten wir mehr Druck zum 2-1 als die. Und für mich war das eine unfassbare Leistung. Ja, und das war, das hat mich echt mit Stolz und mit, ja, mit Glück erfüllt. Und diese Mannschaft auf diesem Niveau einfach zu sehen. Deswegen natürlich war ich danach traurig und irgendwie auch leer. Und dass du denkst, ah, kacke, ey, Baku, hab ich schon krass gerne gemacht. Aber am Endeffekt bleibt dann da wirklich das positive Gefühl. Weil das Eintracht fucking Frankfurt ins Halbfinale gekommen ist und diese Leistung gezeigt hat. Ja, das Elfmeterschießen hat dann seine eigene Tragik. Und das ist vielleicht auch irgendwie ganz geil so. Also in irgendeiner Welt ist das vielleicht ganz geil so, dass du nur durch Elfmeter ausgeschieden bist. Und eigentlich nur einmal verloren hast in diesem ganzen Europacup. Aber die Story macht ja auch so mehr Sinn. Die Story macht so fast mehr Sinn, auch wenn es im ersten Moment hart ist. Aber stellt euch vor, wir wären weitergekommen. Na klar, wären wir dann alle ausgerastet. Aber dann fliegst du nach Baku, kriegst nur 6.000 Karten, regst dich da drüber auf, musst ein Visum holen. Jeder gibt, was weiß ich, 2.000 Euro aus, dann fällst du 4-0 gegen Arsenal. Also diese Abschluss-Szenen, diese rührenden Szenen mit der Mannschaft zusammen, nochmal dieses im Herzen von Europa und der Stamford Bridge zu singen, die sind, glaube ich, als Abschlussbild, wenn man davon ausgeht, dass wir... Gut, natürlich, wenn wir den Europapokal gewonnen hätten, Leute, dann wäre alles zu spät gewesen, klar. Aber ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, wenn Arsenal unbedingt noch in die Champions League will, weil die es in der Liga verkackt haben. Verlierst du 4-0, Aubameyang macht drei Tore. Ich weiß nicht, ob das dann der bessere Abschluss gewesen wäre. Dann fast so, auch wenn es natürlich, wenn wir es nicht wissen, aber das war trotzdem... Es hat sich nicht wie eine Niederlage angefühlt, fand ich auch im Nachhinein. Es war einfach irgendwie eine geile Reise, die dann halt zu Ende war. Aber mit sehr, sehr schönen Bildern. Und ganz ehrlich, das werde ich auch noch irgendwann festhalten müssen, wenn ich irgendwann die Zeit dazu habe, dass die da vorhalten, ne? Heroes von David Bowie spielen, vor dem Elfmeter-Ding, hat dem Ganzen echt die Krone aufgesetzt. Das hat mich auch ein bisschen fertig gemacht. Das hat mich so fertig gemacht. Und da ist eigentlich in dieser Zeit, in dieser Zeit dahin zum Elfmeter-Final, ist eigentlich alles, was wir Europacup-mäßig erlebt haben, vor meinen Augen gewesen. Weil ganz ehrlich, überleg mal, wie viele Touren wir gemacht haben. Und keine Ahnung, ich war bis auf Lissabon, habe ich, glaube ich, und Marseille, was ja auch nicht ging, habe ich, glaube ich, jede Tour mitgemacht. Wir waren auf jedem Auswärts-Ding dabei. Ey, was wir alles erlebt haben, von Zypern, über scheiß Nerv-Rom, aber eigentlich eine schöne Stadt, aber halt irgendwie, Kackwetter, scheiß Lazio, ja? Aber dann Mailand, super nice, ja? Und ey, selbst Tschakif war lustig irgendwie, war ein geiler Trip, so, ja? Also solche Sachen. Wir haben echt viel mitgemacht und dann jetzt nach London. Ey, es war ein geiles Ding und da ist mir alles so naheinander so ein bisschen aufgefallen. Irgendwann werde ich nochmal ein kleines Video, weil wir haben ja sehr viele private Tipps gemacht. Keine Angst, FSK 14 oder so, die ich dann irgendwann mal zusammenschneide. Ja, das habe ich am Fernseher ja gar nicht so mitbekommen mit dem Lied, weil die da den Stadionton ja irgendwie so ein bisschen runtergedreht haben. Ich habe es dann erst mitbekommen, als der Ralf Gunesch, der ja Co-Kommentator oder Experte oder wie auch immer das dabei dazu heißt, es erwähnt hat. Was mich viel mehr fertig gemacht hat, war nach dem Spiel der Schwenk, fünf Minuten nach dem Abpfiff über das Stadion und alle Ränge, wo Chelsea-Fans saßen, waren leer. Ja. Wie sind die denn so schnell da weggekommen und warum überhaupt? Ja, aber das ist in England, glaube ich, normal. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist halt das Hoffenheim aus der Premier League, das ist halt so. Also es ist ja, das hast du während dem Spiel schon gemerkt, so wirkliche Gesänge kamen da nicht. Die Eintracht hat das mit den 4000, die da waren, haben die das komplett weggesungen. Easy going, aber nicht mal gegen angesungen, sondern easy peasy. Und mit ihren Sponsoren-Fähnchen und nach dem Spiel, das war der einzige Moment, wo richtiger Hass in mir aufkam, als die da rumgeabft sind wie so Idioten. Und die ganzen Fans mit, das hat mit Fankultur, und Dennis hat ja schon beschrieben, was da so passiert. Ich glaube, dass wenn du auch irgendwie auf Fankultur Wert legst, kannst du dir das auch nicht mehr geben. Stellt euch vor, das wäre in der Commerzbank-Arena irgendwie, keine Ahnung, jede Woche so. Oder alle zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob wir das dann machen würden. Völlig kotzen. Das haben wir in der San Marvin und ich nach Rom ja schon gesagt, dass wir uns vorstellen können, dass es nicht so leicht ist, in Italien Auswärtsfahrer zu sein. Und dass du dann irgendwann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf hast. Ja, klar. Also das war der einhellige Tenhoff bei uns allen. Ganz ehrlich, wenn die Eintracht hier nochmal spielt, fahren wir hier nicht mehr hin. So ist es, ja. Das ist wahrscheinlich dort auch so und wird dann ersetzt durch was weiß ich Leute, die auch zum Darts gehen. Also ist mir doch egal, ob es euch kann saufen. die Fahnen schwenken kann auch. Ja, das ist es. Und ich weiß, wahrscheinlich könnten wir es sonst auch gar nicht mehr leisten, weil die Tickets halt auch einfach konstant zu teuren sind. Naja, das kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass das auch so ein bisschen der Grund ist, oder gewollt so ist, um eben sich den nervigen Auswärtsfahrer da vielleicht auch so ein Stück weit vom Hals zu halten. Aber ich meine Leute, ey, auch danach. Wie magisch war das. Ey, die ganzen Engländer alle weg. Und wir feiern dann noch irgendwie eine halbe Stunde nach. Und feiern auch die Mannschaften. Das ist so geil. Und das liebe ich halt. Natürlich war das jetzt was Einmaliges. Das können wir übrigens dann auch, war das vielleicht auch andere sagen, es war nichts was Einmaliges. Mir auch egal. Für mich war es was Einmaliges. Und übrigens, es hat sich ja dann sogar nach Mainz auch noch weitergetragen. Das finde ich gut. Dass wir irgendwie sagen, ey, geil, überhaupt nicht traurig, ne. Scheiß drauf, Elfmeter verschossen, kann passieren. Dieses auch gleich einen positiven Akzent setzen, ne. Ich meine, Basti hat es ja am Motor auch, glaube ich, gesagt, mit Hinteregger, der dann in die Crowd geht, der dann zu den Fans geht, irgendwie sich die Drücke abholt, damit es auch wieder läuft und so. Ey, ist überhaupt kein Drama. Wirklich, das war eins. An diesem Tag hast du wieder gemerkt, Fans und Mannschaft sind eins. Und es war eine grandiose Leistung. Dass das Ihe Tüpfelchen gefehlt hat, scheiß drauf. Aber ich glaube, die Eintracht hat echt alles abgerissen an dem Tag. Ja, das klingt mir nach einer sehr guten Zusammenfassung der Dinge. Das ist nichts hinzuzufügen eigentlich, ja. Ja, damit ist der Europa-Fahrt für diese Saison erst mal rum. Und dann kamen wir unweigerlich zu der Frage, in welche Richtung Europa geht's. Und Achtung, Spoiler-Alert, wir wissen es noch nicht. Weil Sonntag, wir durften ja dann am Sonntag ran, zu Hause gegen Mainz. Und eigentlich dachte jeder so, ja. Machen wir zumindest mal das kleine Europa klar. Vielleicht auch das große. Aber wir wollen noch nicht klar machen. Darüber will ich gar nicht so viel sprechen. Soll man da auch sagen. Also was sollen wir da jetzt noch, wir haben es ja alle gesehen. Und ja, du wüsstest jetzt nicht, mir fällt nichts Großartiges ein, was ich jetzt dazu beitragen könnte, was irgendwie Mehrwert hätte. Und was nicht dazu führen würde, dass viele Leute böse auf mich sind. Liebe Grüße. Leute, jetzt mal ohne Witz. Es war wirklich, was ich einfach grauenvoll fand, war einfach diese Hilflosigkeit auf dem Platz teilweise, gerade gegipfelt in dem 2-0. Als, äh, ich glaube es ist Fayette, der sich da ausspielen lässt. Und auch die anderen 3 oder 4 Abwehrspiele, unter anderem war, glaube ich, Hinterecke relativ nah dran, die einfach nur Spalier stehen, wo du einfach nur merkst, meine Güte, diese armen Jungs sind so fertig und können anscheinend wirklich sich kaum noch bewegen. Weil sie stehen einfach zwei Meter vom Ball weg und das, was wir sonst immer gefordert haben, dieses Los jetzt, reißt euch zusammen und geht da richtig drauf, gebt alles und zur Not auch ein bisschen mit Körperlichkeit, natürlich immer Strafraum gefährlich, aber, äh, also ich, ich hab wirklich, Fayette war wieder für mich da der Inbegriff von, oh mein Gott, wie konnte er überhaupt das wieder in den Kader schaffen? Wie konnte er es in die Aufstellung schaffen? Und klar, er hat ein gutes Spiel, glaube ich, in der Euroleague gemacht, aber es ist für mich so ein Spieler, der ist einfach dann in so Spielen offensichtlich nicht zu gebrauchen und macht mir einfach so ein bisschen, ist einfach so schade, weil man einfach gesehen hat, entweder wollten sie nicht oder sie konnten nicht, auf jeden Fall waren sie einfach komplett ausgelaugt und fertig und das ist einfach schade, das zu sehen, das stelle ich mir auch schwierig für die Mannschaft einfach vor. Es ist, äh, ich glaube, die mussten auch alle erst mal aufgebaut werden nach dem Spiel, so wie wir alle, wir alle Fans, ich glaube, wir waren, denke ich, mir ging es zumindest so, ich war völlig leer, Marvin, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, auch im Blog, das war einfach nur, was ist denn hier passiert, äh, kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie diese Leistung zustande kommt, klar, die Spieler sind fertig, die Spieler sind platt, aber wir haben die ganzen Wochen gesagt, ja, körperlich ist es anstrengend, aber muss eigentlich locker zu machen sein, das heißt, das kann eigentlich nur eine absolute Leere im Kopf, die sich komplett auf dem Körper übertragen hat, ausgeprägt haben, denn, ihr habt es schon richtig gesagt, immer einen Schritt zu spät, nie dran, nie irgendwie auch nur in die Zweikämpfe gekommen, also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass der Trainer da irgendwie ein System findet und auch noch ein paar Worte und auch generell die Mannschaft, die Fans, Mann, Leute, was haben wir wieder, da war wieder eine Choreo, eine Choreo in der Bundesliga, da haust du schon in Europa alles raus, dann fängt auf einmal der halbe Block an zu rauchen oder der ganze Block ja eigentlich, dann die schöne Fahne und so weiter, also es ist ja so, ich habe noch gedacht gehabt, oh Mann, das kann jetzt wieder vielleicht was werden, die Leute, du kriegst diese ersten 15 Minuten, die sonst so schwer sind in den Beinen, kriegst du raus, du kriegst diese Euphorie aus Europa vielleicht hier mit rein, aber so wirklich, ja, irgendwie ist es dann doch verpufft oder wie seht ihr das, da wollt ihr gar nicht drüber sprechen, dann ist das auch völlig in Ordnung, aber es ist einfach schwierig. Also ich finde, die Einzelkritik ist ja bei dem Spiel echt schwierig, so, ich kann das nachvollziehen, ja, über Fallout haben wir aber auch schon so viel gesprochen und er ist wirklich nicht der Einzige, der hat auch schon wirklich ein paar geile Spiele gemacht, vielleicht reicht der die letzten paar Prozent einfach nicht, so, keine Ahnung, ich habe mich eher gewundert, warum Dicker nicht gespielt hätte, ich hätte den für das Spiel auf jeden Fall gebracht. das verstehe ich halt auch absolut nicht, der ist seit dieser, seit dieser roten Kartenaktion, ist der nicht mehr, also wirklich im Kader aufgetaucht und das verstehe ich nicht, also, ja, es hängt halt so ein bisschen damit zusammen, dass, dass Hütter vielleicht sehr sein System beibehalten wollte, wo er nichts mehr, wo er das Gefühl hat, er will jetzt nichts mehr, falsch machen, will nichts mehr rausnehmen, das ist vielleicht ein bisschen zum Verhängnis geworden, du hättest, wie gesagt, einen Dicker bringen können, du hättest überlegen können, wirklich mal da Koster, eine Auszeit, der ist ja nach 20 Minuten schon rumgepumpt, wo du die Frage stellst, okay, da ging nicht mehr viel, da hättest du mal Chandler vielleicht bringen können, der sorgt ja auch für Stabilität, das sind halt so Sachen, aber Fakt ist halt auch, wenn du mal mit Profis drüber sprichst, und irgendwie, Uli Borowka hat letztens, der hat dieses Buch vorgestellt, das hat mir die Anna gesagt, in Hannover, und der ist ja Ex-Alkoholiker, und der hat aber aus irgendeinem Grund, hat er auch einfach so was über die Eintracht gesagt, und er hat gemeint, die Leistung in Mainz, keine Ahnung, wer ihn da drauf angesprochen hat, aber das ist so, damit zu erklären, dass die Jungs einfach vollkommen leer sind, platt sind, und das fällt dann einfach schwer, und ganz ehrlich Leute, Donnerstagabend, 120 Minuten, ja, das wollte ich mir auch nicht eingestehen, aber es ist irgendwo halt ein Stück weit schon menschlich, dass du nach 120 Minuten unverlorenem Elfmeter, vielleicht die letzte Restmotivation, und vielleicht auch einfach, dass du fertig bist im Körper, nicht so hinbekommst, das stellt mich keineswegs zufrieden, ja, und das ist ja ganz klar, denn wir haben alle gehofft, dass sie jetzt da den Europacup, mal zumindest Platz 6 mit einem Punkt, dann läuft der DAX vielleicht sogar noch mehr, aber es war halt nicht so, und das sind halt, und das muss ich dann sagen, schiebe ich ein Stück weit auf die fehlende Kaderbreite, oder vielleicht ein Stück weit auf die Bereitschaft, nochmal auszuwechseln, aber Fakt ist, Rodeweg, Toro noch nicht so nah rangekommen, wir haben eben über die Doppelsex gesprochen, da fehlt dann einer, fraglich kann ich nicht nachvollziehen, warum Alain nicht von Anfang an gespielt hätte, der hätte dem Team auch nochmal einen anderen Vibe geben können, fand ich zu spät, aber du hast halt gemerkt, die erste Halbzeit war ja sogar noch was drin, und das ist ja genau der Punkt, die andere hat nicht von Anfang an Kacke gespielt, das war ein spieliges, sehr erfahrenes Spiel, aber die haben die Chancen gehabt, die Rebic-Chance, sondern für die war der Käse dann irgendwo gegessen, das ist frustrierend, aber nicht zu ändern. Ja, wir haben es ja von uns selber gesagt, dass wir fertig sind, wir spielen ja nicht mal, also, das kann man wahrscheinlich verstehen, ich finde das ärgerlichste Spiel in diesem Sammelsurium, ist trotzdem dann das Hertha-Spiel, weil da war kein Europa-Bekalt-Spiel davor. Ja, 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 auf jeden Fall. Also das heißt, du musst dich montags in Wolfsburg, wenn du schon so glücklich in Führung gehst, konzentrieren und darfst nicht nach einem eigenen Eckball ausgekontert werden, Punkt eins, dann hast du bis zum Samstag Zeit, dich zu chillen und musst dann eine völlig lustlose Hertha weghauen. Das sind die zwei Spiele. Das sind diese drei Punkte, die dann im Endeffekt, das sind vier Punkte sogar, vier Punkte, die dir fehlen und mit diesen vier Punkten wärst du jetzt Baba drin, da wärst du jetzt schon Champions League-mäßig unterwegs. Das sind einfach diese, das sind diese und die gegen Mainz fehlen nicht. Ja, Marvin, recht, du kannst es ja nicht einplanen. Du spielst 120 Minuten, du musst ja auch wieder nochmal zurückfliegen und dann hast du nur einen Tag Zeit, hier sich kurz fresh zu machen. Und ich kann beide Gedankenspiele nachvollziehen, was ihr gesagt habt, dass man durchwechselt. Das hätte vielleicht auch nicht geklappt. Der Hütter hat halt gedacht, so Leute, weil es war ja so, dass wir einen Punkt nur gebraucht hätten, um Europa sicher zu machen. Ich glaube, dass Hütter gedacht hat, okay Leute, ihr habt es jetzt in Chelsea, jetzt einmal, also es ist jetzt absehbar, einmal rennt ihr jetzt noch und gegen Mainz ist es leichter, als es in München zu machen, also machen wir es heute. Und ihr, meine beste Elf, die ich für mich im Kopf habe, die stelle ich jetzt, und gucken, ob es klappt. Und ihr habt es ja gesagt, wenn die Eintracht 1-0 in Führung geht, dann ist es so. Ich glaube, René, du hast es ins Dokument geschrieben, diese Expected Goals, da führen wir ja auch. Also die Eintracht war ja optisch scheinbar besser und hätte, was, 1,7 Tore? 1,7 zu 1,25 bei Mainz, also wir warten jetzt zwei Toren eigentlich dichter dran. Siehst du, das ist eigentlich ein Spiel, was 2-1 für die Eintracht ausgeht, das kann auch passieren, die Eintracht war natürlich nicht gut, Mainz war auch nicht unfassbar gut. Es ist halt so, das kann passieren, das hätte vorher halt nicht passieren dürfen. Du darfst gegen Wolfsburg dich nicht auskontern lassen und dann gegen die Hertha nicht gewinnen. Das sind diese zwei Spiele, von denen hatten wir einige auch in der Hinrunde drin. Also dieser Punkt, der uns jetzt wahrscheinlich fehlen wird, der ist woanders kaputt gegangen. Der wurde uns teilweise auch selber kaputt gemacht. Ich denke, ich habe auch immer wieder an Spiele gedacht, wo wir in Berlin gespielt haben, wo wir einen ganz klaren Elfmeter kurz vor Schluss nicht kriegen, wo eben Jena Grujic das 1-0 gemacht hat, über den wir vorhin geredet haben. Das sind diese Sachen, die werden am Ende fehlen, aber gut, hätte, hätte, es bringt uns ja nichts. Die Sache ist die, um jetzt auf die nächsten Elefanten im Raum zu kommen, über den ich eigentlich auch nicht reden will, Du willst heute eigentlich über gar nichts reden, oder? Ja, genau. Ich will einfach über mich ergehen lassen, wie so eine Operation so. Ja, dann mach fertig. Egal, Zahnarzttermin. Mach einfach. Oh, nicht Zahnarzt, hör auf. Will nach Hause, lass mich in Ruhe. Und ja, es ist halt trotzdem, Leute, noch alles drin, verschiedenste Konstellationen sind drin. Die Bayern können Meister werden, Dortmund kann Meister werden, wir können in die Champions League kommen, wir können Fünfter werden, Sechster werden, Siebter werden, Achter werden. Das ist krank, was jetzt passiert. Und ich weiß, und wenn wir es schon nicht drin haben, ich habe jetzt momentan das Gefühl, ich bin emotional noch nicht so weit. Und körperlich und finanziell auch nicht. Das ist nochmal zu stimmen. Ich hoffe, dass die Spieler da bessere Mittel haben, weil die sollten zumindest, Naja, zumindest finanziell sollten sie bessere Mittel haben. Ja, guck an. Die Konstellation ist halt echt, es sind halt drei unterschiedliche Szenarien, wie du da am Samstag irgendwie rausgehen kannst. Und das ist das, was mich halt auch gerade da so fertig macht. Wenn du jetzt wenigstens nur irgendwie zwischen Wein oder Bier wählen müsstest, aber im schlimmsten Fall stehst du halt mit dem leeren Klaas da. Ja. Da habe ich auch am meisten Angst. Das ist halt leider die realistischste Option. Also ich meine, also ganz ehrlich, Leute, so realistisch ist es jetzt gerade nicht, dass wir einen Punkt out holen. Ich glaube, da kommen die scheiß bayerischen Festspiele ohne nichts gegen die Bayern. Aber ich habe halt keinen Bock, dass der Riberita wieder da rumtanzt. Und ich sehe schon diesen komischen Thomas Müller da rumjubeln. Ja, dacke. Und dann, weißt du, oh, dann bin ich schon wieder wütend. So, weißt du, mega keinen Bock drauf. Aber, das Ding ist, und was uns wirklich da reinspielt, also realistisch ist es nicht, realistisch ist es eigentlich, dass wir da 4-0 einen auf den Sack bekommen, die die Meisterschaft feiern und es aus die Maus. Das Einzige, was uns halt wirklich zu Vorteil gereicht, ist, dass wir jetzt wirklich eine Woche Pause hatten und die Eintracht lustigerweise halt auch eigentlich trotzdem eine fucking Endspielmannschaft ist. Und wenn wir es trotzdem so hinbekommen, dass du, dass der Trainer die Jungs noch mal so fokussieren kann, sagen, ey, Endspiel jetzt. Zum Beispiel wollen wir das Ding auch gewinnen und wenn es ein Punkt wird, ist auch okay, aber da geht jetzt noch mal. Was ist jetzt noch das letzte Spiel und hinterher, du hast gesagt, du willst dich so nicht verabschieden, dann mach das halt auch nicht. Ja, und wenn du sagst, ey Jovic, das ist dein letztes Spiel hier, ihr drei noch mal Büffelherde, habe ich zuletzt nichts mehr von gesehen, zeig mal wieder was. Ja, dann kann da vielleicht noch was gehen, dann kannst du die letzten Kräfte vielleicht nur mobilisieren und dann hast du halt doch den Mega-Bonus, dass du in Bayern vielleicht wirklich in die Suppe spucken kannst und selbst wenn nicht, dann wenn du einen Punkt taulst, dann hast du auch wieder was geschafft und dann redet hier keiner von der verschenkten Saison, sondern sag dir, geil, dass sie das am Ende dann doch noch rumgerissen haben und geil, dass sie es wirklich noch geschafft haben, mit dieser Doppelbelastung einen Punkt zu holen und dann wirklich nach Europa wieder zu fahren. Dann haben wir eine ganz andere Konstellation. Realistisch ist es nicht, aber dieser Eintritt ist eine, zeigt uns gerade eine absolute Freak-Saison. Ich meine, von geilen Ergebnissen, von einem richtig schönen Spiel, was es unter Kovac über weite Strecken nicht so gegeben hat. Das war ja letzte Saison schon ein bisschen eine Kampfsaison mit guten Anleihen, aber es war nicht alles so geil. Jetzt sind wir eigentlich breiter aufgestellt. Aber dann auch mit so einem Freak-Ergebnis, dass du irgendwie 7-1 in Leverkusen spielst, wo du denkst, Alter, bitte lass es vorbei sein. Dann hast du aber auch 6-1, 6-1 war es, oder 6-1 oder 7-1? 6-1. Ja, 6-1. Aber in der Hinrunde hast du halt, gleichbedeutend, auch Düsseldorf krass weggehauen. Also es gab krasse Ergebnisse auf der einen, auf der anderen Seite. Du hast Europa Cup wunderbare Erlebnisse gehabt. Es wird zu dieser Saison passen, das war am letzten Spieltag, vielleicht noch ein entscheidendes Züngelchen an der Waage sind, die die Meisterschaft entscheidet. Why not? Ich glaube, also daran glaube ich nicht. Ich glaube, weil ich vergleiche das so ein bisschen mit dem, wir hatten ja auch das Gefühl, Hinrunde war ja ähnlich, da sind uns am Ende die Körner ausgegangen, da haben wir zwar noch 2-2 in Mainz gespielt, dann hatten wir dieses Heimspiel gegen München, wo dann jeder gesagt hat, ja okay, diesen Platz. Aber das hast du ja gesehen, da hat München uns hergespielt, ich rechne mit einem komplett ähnlichen Spiel. Die einzige leise Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass dieses, ja, dass Mainz sich jetzt, zumindest kann Mainz sich ja jetzt nochmal konzentrieren, und gegen Hoffenheim irgendwie einen Punkt holen. Und dann habe ich halt, und dann muss halt dieses Freak-Spiel passieren, dass Augsburg einen Punkt in Wolfsburg holt. Das sind halt diese Sachen, die passieren müssen. Dass du sagst, okay, wir verlieren, aber wir bleiben Sechster. So, das ist die einzige Hoffnung, die ich ehrlich gesagt habe. Die finde ich aber gar nicht, also die schätze ich schon im 30-Prozent-Bereich ein. Und da hatten wir schon Spiele, wo wir weniger Prozent hatten, also, wer weiß. Klar, Marvin's Szenario kann auch kommen, aber da will ich mir nicht erlauben, da dran zu denken, dann sind wir wieder zu frustriert. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist es ja. Ich hatte das beim Elfmeterschießen ja schon, als Trapp den Held, habe ich mir auch nicht erlaubt, habe ich mir nicht erlaubt zu jubeln. Ich habe wirklich da gestanden, habe alle um mich herum beruhigt, habe gesagt, chill, 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 chill. Ich habe nicht mehr jubelt, weil ich genau wusste, was ich sage. Ich habe auch erst mal gesagt, Leute, das ist zu früh, das ist viel zu früh, das ist zu früh. Wenn Hinteriger dann getroffen hat, dann wäre ich auch ausgerastet, aber so. Und das ist genau das Ding, wenn es morgen in der 80. Minute 1 Uhr für die Eintracht steht, ja, dann fange ich vielleicht auch mal an, kurz zu überlegen, ähm, am Samstag. Dann, ja, eventuell. Ja, ich auch. Ja, es ist, es sind nervlich schwierige Zeiten für uns als Eintracht. Weil du musst überlegen, wenn wir wirklich die Tür aufmachen und sagen, die Eintracht führt in München, dann können wir auch gucken, ob Dortmund nicht auch führt und vielleicht die Hertha da einen schönen Abschluss geben will. Ja, dann reden wir wieder über ganz andere Sachen. Das ist ja das Verrückte. Ja. Plötzlich ist die Eintracht wieder Vierter. Mann. Gottes Willen, Leute, ich kann, es ist echt zu viel. Ich erinnere mich, ich sitze gerade am selben Platz, ohne Scheiß, am selben Platz, wo Marvin zu mir kam und gesagt hat, Basti, wir nehmen jetzt trotzdem eine Sendung für München auf, wir fahren dahin. Wir haben am selben Ort sitzen. Ich kann Marvin geistig neben mir rechts sehen. Du meinst letztes Jahr vor dem, vor dem Pokalfindler, wo wir ein Eintracht-Podcast-Video gemacht haben. Und ich fühle mich genau so. Ich fühle mich genau so. Aber, da war das ja noch okay, da hatten wir ein Pokalfinal davor, die Saison ist so blablabla. Jetzt kommen wir aus diesem emotionalen Schleudergang gerade raus. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Zustand nochmal aushalten kann, dieses zu denken. Und natürlich, Leute, kann die Eintracht in München gewinnen. Düsseldorf hat da 3-3 gespielt. Bayern ist diese Saison nicht. Bayern, Bayern. Natürlich kann die Eintracht das schaffen. Aber ich will es mir jetzt nicht erlauben, weil das wäre, also wenn die Eintracht wirklich in München gewinnt und die Hölle zufrieden und wir werden noch vierter, dann weiß ich langsam nicht mehr, was ich machen soll. Dann ist es, ich kann dann auch nicht mehr. Ich habe keinen, ich muss, ich sack dann wahrscheinlich in mir zusammen und liege dann da irgendwo. Das Ding ist, es wird trotzdem eh kommen, wenn wir am Samstagmorgen um 8 Uhr vor dem Jokyok stehen und überlegen, welches Wasser wir mitnehmen auf die Fahrt und dann uns dann hin und dann reingehen in den Bus und dann losfahren, dann wird diese Stimmung trotzdem halt irgendwann kommen. So ist es wohl. Da wird wohl oder übel kein Weg dran vorbeiführen. Ja, es ist, es ist emotional sehr, sehr schwierig, dadurch, dass eben noch so viel drin ist und dadurch, dass es halt auch das letzte Spiel gegen die Bayern ist und worauf ich keinen Bock habe, ist ernsthaft die Fresse von Thomas Müller zu sehen, wie er da mit der Meisterschale rumrennt. Das kommt noch dazu, das ist ja das nächste, unabhängig von der Eintrag, was Marvin schon gesagt hat. Thomas Müller, ich weiß, ich hoffe, mein Platz ist weit genug weg, dass ich keinen direkten Zugang zu dem Platz habe. Ansonsten hat sich die nächste Saison für mich sowieso erledigt. Die nächsten drei. Sieh es mal von der positiven Seite, das ist vielleicht dann finanziell entspannender für dich. Ist mir doch egal. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Aber es ist im Endeffekt, muss man auch mal sagen, es ist Anspannung und es ist krass, aber es ist halt zum Glück auch nochmal eine andere Anspannung als vor ein paar Jahren. Ja, eben. Also es ist kein existenzieller, aber es ist trotzdem so. Ja. Wir haben uns an mehr gewöhnt jetzt gerade. Es ist doch ganz klar, ich meine, mit zunehmendem Erfolg wachsen die Ansprüche und wenn wir dann diese magische Saison so mitbekommen, da wollen wir natürlich auch nochmal richtig einkerschen. Weil und warum? Weil wir natürlich auch immer darauf bedacht sind, einen Progress zu sehen, einen Erfolg zu sehen, eine Weiterentwicklung bei dem Verein. Und natürlich ist die Weiterentwicklung auch ohne das da, aber sie ist kleiner. Sie verläuft in kleineren Schritten, als wenn der Erfolg ein ganz großer wäre. Und jetzt sind wir halt noch, wir sind noch in diesem Modus drin, am Ende in zwei, drei Wochen würden wir die Saison dann vielleicht nochmal anders bewerten, aber jetzt ist halt diese Resthoffnung einfach noch da und wir gucken mal, wie es läuft. Im Endeffekt haben wir zum Glück nicht die Probleme wie der ASV, denn die sind jetzt nicht aufgestiegen und die haben ganz andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob die Entwicklung wirklich kleiner ist oder ob sie nicht einfach nur für uns am Ende dann weniger wert ist. Doch, natürlich ist sie kleiner. Ich meine, die bekommen 30 Millionen weniger, wenn sie nicht in die Champions League einziehen. Das ist doch ganz offensichtlich. Das Problem ist schon, dass das wirft dich schon zurück. Aber wenn du das da dran festmachst, dann ja. Leider muss man das heutzutage, glaube ich. Und das Ding ist einfach nur, ich glaube einfach, dass wir jetzt ja, Lunte gerochen haben, zu sagen, ey, wir haben so eine geile Saison gehabt, wir wollen zumindest, selbst wenn die nächste Saison nur halb so geil wird, ist sie noch geil. Ja. Dass wir wieder nach Europa wollen, dass wir, selbst wenn wir dann in der Gruppenphase ausschalten, hatten wir trotzdem drei Gealaussatzfahrten. Und das ist, glaube ich, das, woran wir denken wollen. Aber da denke ich auch, ehrlich gesagt, nicht nur dran, weil ich denke, die Eintracht ist so geil, wo ich gleich nochmal komme, aber diese Saison ist halt auch wirklich der Bauch der Bundesliga echt schlecht, muss man schon sagen. Also du hast wirklich da wirklich Punkteverteilung, wo Schneckenrenn, Wolfsburg verliert, in Hoffenheim kackt. Also du hast, weißt du, außer die vorne drei ist, wirklich Gladbach, musst du überlegen, Mannschaften, eine Mannschaft spielt Champions League, entweder Eintracht, Leverkusen oder Gladbach. Da ist keine davon dabei, wo du jetzt sagen würdest, boah, das ist ja, aber die haben es sich absolut verdient, Champions League zu spielen, weil jeder von denen hatte sein, Leverkusen hat den Trainer ausgetauscht, Gladbach hat den in der Saison, hat es zu bekannt gegeben. Wir hatten jetzt unsere Downphase am Ende und am Ende der Hinrunde auch noch. Also wirklich krass verdient hätte es keine. Und das ist ja genau dieser Reiz, den es hat, dass man einmal da reinknallt. Aber da habe ich mich jetzt schon mit abgefunden, aber zumindest zu sagen, geil, wir spielen wieder in der Euroleague, die, wie wir jetzt gesehen haben, ja zumindest nicht wie in der Vergangenheit, wo wir zum ersten Mal drin waren unter Fee, sondern jetzt auch tatsächlich ein bisschen, zumindest finanzielle Aufwertung erfahren hat, wenn man die Zahlen so liest, die wir bekommen. Und trotzdem auch, ja, einfach nochmal das zu haben, also das, ich will das schon. Und das ist ja genau das, warum ich dann so enttäuscht wäre, wenn es nichts passiert. Aber gut, wir können es eh nicht beeinflussen und heute entscheidet es sich so nicht. Aber, was ich eben noch vergessen habe, sorry, dann bin ich ruhig, weil ich kann auch gelangen, meine Stimme geht auch langsam wieder weg. Hat er sich gerade erholt? Ja, man merkt es ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, was wir uns halt bewusst machen müssen, ist auch, und deswegen ist dieses Münchenspiel vielleicht trotzdem noch ein bisschen magisch. Diese Mannschaft, die da jetzt zusammen ist, mit dieser Internationalität, mit allem, was zusammenspielt, zusammenspielt zwischen Fans und Vereinen, Fans und Mannschaft, Mannschaft und Vereine, Frankfurt, die Stadt, die Fans untereinander, was jeder, was jeder in seiner Filterblase, in seinem Freundeskreis so erlebt hat, und diese deutschlandweite Beachtung auch von TV-Stationen, von Dazone-Reportagen, von Zeitungsartikeln, von Elf-Freunde, alles Mögliche. Diese Konstellation ist auch durch diese Mannschaft bedingt. Du hast Rebic, Jovic, Haller, Hinteregger kam jetzt dazu, Trapp hat geil gespielt, du hast Indicat am Anfang geil gespielt, du hast, der Koster ist gerannt wie ein kranker, der Kostic ist wahrscheinlich der krasseste Neuzugang, den wir echt hatten, auch ein bisschen unterschätzt war, der rennt ja immer noch los. Und diese Konstellation in dieser Mannschaft und auch diese, teilweise hatten wir die Büffelherde und Straßenbande 4, 8, 9, wie wir sie genannt haben, das wirst du halt so nicht mehr haben. Klar können dann neue geile Spieler kommen, gehe ich auch von aus, ich traue der Eintracht auch zu und ich hoffe, dass Ben Manga bleibt und dann dafür sorgt, dass für das bisschen mehr Geld, was wir jetzt haben, geil eingesetzt wird. Aber so diese Konstellation mit Norebic, Nopati, Jovic, scoret alles weg, Halle ist geil. Das wird so nicht mehr kommen. Also das ist trotzdem auch ein Abschluss jetzt am Samstag. Also das ist so, du weißt, da werden mindestens 2, 3, wenn wir Glück haben, nicht 4, von diesen Eckpfeilern wegbrechen und neue kommen. Und da wissen wir nie, das ist immer eine Lotterie. Also du hast es bei Bremen in ihrer Hochzeit auch gesehen. Die haben das jahrelang sehr, sehr gut gemacht. Diego und wie sie alle heißen haben die geholt. Dann hatten die ein Jahr drin, da haben die das Geld halt für Carlos Alberto, Wesley und noch irgendeinen Johnny ausgegeben. Ja, dann kann es umfallen. Das ist halt das Risiko. Ja, das kann passieren, jederzeit. Aber Basti, gerade das, was du gesagt hast, ist doch das, wo der Trainer anpacken muss und sagen muss, Jungs, so spielt ihr nie mehr zusammen. jetzt zeigt nochmal in München, was ihr könnt. Das ist, glaube ich, wirklich die Chance. Ihr habt es vorhin schon mal gesagt. Das ist wirklich, gerade so, ist mir auch so ein Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich gedacht habe, wow, ja stimmt, eigentlich haben wir was ganz Großes jetzt schon miterlebt. Das will ich mit einem geilen Abschluss in München einfach gegrönt haben. Ja, dass man irgendwann von dieser Mannschaft redet und diese Mannschaft hätte es auch verdient, dass man irgendwann von der Klasse von 2019 spricht, sozusagen, ach, erinnerst du dich noch? Haller, Jovic, Rebisch, Eieiei, und der Jovic hat jetzt Champions League gewonnen und weißt du so, das hätte diese Mannschaft auch verdient. Wird übrigens auch zur Eintracht passen, also weil es öfter so ist, dass die Eintracht nicht nur eine gute Saison hat, ich meine, es war ja eigentlich nach der Saison, als sie die Meisterschaft verpasst haben, Anfang der 90er, gab es ja dann nochmal eine weitere gute Saison, weswegen sich ja dann auch der Name Fußball 2000 auch begründet hat, denn da sind sie dann auch nicht Meister geworden, haben aber eine gute Runde gespielt und Europa Cup auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt, also da war dann die zweite Saison dann auch noch ganz gut und jetzt sind wir in der letzten Saison fucking Pokalsieger geworden, wo wir in 20 Jahren noch unseren Leuten von erzählen und jetzt haben wir vielleicht aber noch ein weiteres zweites gutes Jahr, was auch einfach für sich gesehen eine Marke werden kann und darauf hoffe ich ein bisschen und vielleicht ist das wirklich Motivation und ansonsten schauen wir einfach mal. Dann lass uns doch mal ganz schnell, bevor Basti's Stimme ganz weg ist, hier mal noch über die Aufstellung und über die Tipps reden. Was sagt er denn aufstellungstechnisch? Ja, Spieler? Keine Ahnung. Lass mich raten, zehn Feldspieler, ein Torhüter. Trab im Tor hier, da gehe ich mal ganz steil. Ja. Ja, Luschen. Es wird Zeit für Renault, würde ich sagen. Das würde ich jetzt nicht machen. Ja gut, Fünferkette sind wir uns einig, Kostic, da Costa müssen es jetzt halt nochmal durchziehen. Aber Hasebe wieder in die Fünferkette zurückziehen, oder? Würde ich auch denken. Ich würde Hasebe hinter Egger und Abraham, Kostic, da Costa und dann würde ich tatsächlich Jetzt sag bitte nicht, Wilhelms. Nee, ich würde Fernandes und Degussmann und Büffelherde nehmen. Degussmann statt Toro? Ja, wenn Toro fit ist, gerne, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht fit. Aber ansonsten, Fernandes, Fernandes und Toro und Büffelherde ist was. Das wäre bei nichts. Also Toro oder Degussmann, hast du gesagt? Ja, bei Toro habe ich irgendwie das Gefühl, der war nicht so fit, wie uns verkauft wurde. Also der ist ja tatsächlich weg gewesen. Aber er ist jedes Mal mit im Richtig-Kader drin gewesen. Er saß ja jetzt auch wieder auf der Bank, oder? Ja, ich hätte dann aber gedacht, gerade weil dieses Vakuum entsteht und gerade weil wir gesehen haben, wie Williams in Leverkusen gespielt hat, dass der dann auftaucht. Aber es war ja nicht so. Leider nicht. Ich habe nochmal Bock, dass wir denen richtig auf den Füßen stehen, dass die richtig keinen Bock haben. Also ohne Scheiß, ich hatte so Lust da drauf, dass der schöne Ribery, der alte, auch schon ein kleiner Trickser, können wir schon mal sagen, dass der auch am letzten Spieltag irgendwie nicht irgendwie die große Bühne bereit bekommt. Er kann jetzt hier sein, wo er letztens eine Wusel trägt. So, dass er nochmal am letzten Spieltag richtig genervt wird. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn er in der 70. Minute mit einer roten Karte vom Platz fiel. Ich wollte gerade sagen, den kannst du auch schön zu einer Tätlichkeit auch reizen. Das ist bei ihm ja nicht so schwer. Also irgendwie hätte ich Bock, dass wir so bitter spielen, wenn es nicht so wird, dass es jetzt ein ausgemachtes 1-1 wird oder so. Wenn das nicht der Fall ist, dann will ich auf jeden Fall irgendwie, dass wir die da nerven. Der Robben wird auf jeden Fall für Gefahr sorgen. Der wird ja auch von Anfang an spielen. Aber ich glaube, mit dieser Aufstellung, die der Basti gesagt hat, kommen wir ganz gut zurande. Aber wenn es geht, natürlich gerne mit Toro. Was hattest du jetzt vorne für den Sturm? Für Flairte. Die 3, ne? Ja. Ja. Ist, glaube ich, das Beste, was wir da gerade so auf den Platz bringen können und wäre dann auch, wie Basti so richtig gesagt hat, für das letzte Spiel, wo du danach dann auch die Ruhephase hast, durchaus drin. So, und jetzt noch Ergebnistipps. Dennis, fangen wir an. Gut, dann mache ich jetzt mal einen wahnsinnigen Tipp. Wir gewinnen 2-1. Marvin? 0-0. Ebenso. Ich sage 0-1. Also für die Eintracht? Ja. Okay. Ja. Das 2-1 war übrigens auch für die Eintracht. Ja, ja, das habe ich so schon verstanden. Ich hatte es nur gerade eben schon andersrum aufgeschrieben, weil ja auswärts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Dann lassen wir uns da mal überraschen, wie es tatsächlich dann an dieser Stelle ausgeht. Ja, und dann haben wir hier noch eine kleine Liste an Dummschwätzern, Empfehlungen und guten Taten. Und da kommen wir dann jetzt dazu und fangen mal mit dem Dummschwätzer der Woche an. Boys, boys. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und jetzt war ich, glaube ich, gerade zu schnell mit auf den Knopf drücken, weil Basti wollte sich eigentlich jetzt geplanterweise verabschieden, weil seine Stimme gerade so ein bisschen in die Seife geht. und ich wollte gerade sagen und ich habe jetzt gar keine Kapazität mehr, mich auch noch extern über irgendwas aufzuregen, als genug mit der Eintracht zu tun. Selbstschutz. Genau, dann regst du dich jetzt einfach im kleinen Kreis auf deiner Couch auf und wir übernehmen hier die größere Runde. All right, Männer, hat mich gefreut. Hau rein. So, dann müssen wir jetzt erst mal auflösen, wer bei der letzten Runde gewonnen hat und leider war die Überbrückung hier nicht schnell genug, so dass ich das Dokument nicht schnell genug aufhatte, aber jetzt habe ich es und wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen zurückgehen, weil es ist jetzt schon zwei Wochen her und ich sage euch wieder, wer die drei platzierten auf dem Treppchen sind. Auf Platz drei haben wir Uli H. für seine wunderbare Aussage mit irgendwie alles unter 25 Millionen ist nicht in seinem Verantwortungsbereich. Dann haben wir auf Platz zwei Thorsten Ligert allein für seine pure Anwesenheit von irgendwelchen Interviews, die er bei Hannover 96 gibt, wollen wir gar nicht erst reden. Und auf Platz Nummer eins mit 27,5 Prozent unser spezieller Freund Thomas Müller für seinen wunderbaren Erklärversuch nach diesem Bremer Elfmeter Ding. Da merkt ihr dann schon, wie lang das schon her ist. Ja. So, und wir haben ganz wunderbar Nominierte auch diese Woche wieder und da fangen wir gleich mit einem absoluten Highlight an. Der wurde uns nämlich vorgeschlagen von Mr. Joe, Tobi, Vukos, Benedikt und ich glaube, da waren noch zwei andere, die ich vergessen habe, einzutragen. Und zwar folgende Situation. Aue hat extreme Nachwuchsprobleme, weswegen sich der Präsident von Aue am Sonntag vor dem Spiel hinstellt und gratuliert allen Müttern zum Muttertag und ruft alle die Frauen auf im Publikum, die noch keine Mütter sind, doch Mutter zu werden. Habt ihr euch das angeguckt, diese Zwei-Minuten-Video? Ich hab's mir angeguckt und ich find's in mehrerlei Hinsicht eigentlich mega problematisch. Ja, muss ich echt sagen, weil das ist, das klingt jetzt so mega unproblematisch und naja, irgendwie machen wir mal ein Chatze. Warte, nee. Ich find, du hast eigentlich deutliche Anleihen gemerkt von, ja, Identitätskultur und so weiter und so fort, was ich irgendwie nicht so cool finde. Also ich meine, eine Frau heutzutage muss nicht mehr automatisiert Mutter werden, kannst machen, was du willst, ja, und dann finde ich solche Aufrufe, eigentlich fast übergriffig, nervt mich ehrlich gesagt. Und ich, also diese Sprache, die Ansprache fand ich befremdlich. Wäre das bei einem anderen Verein gewesen im Osten Deutschlands hätten wir, würden wir andere Worte wählen. Eigentlich ist Aue noch einer der unverdächtigeren Klubs, aber fand ich mega uncool und mega daneben. Also insofern Dummstratzer der Woche auf jeden Fall passend. Und ja, ja, ich fand's auch, auch durchaus grenzwertig, ähnlich wie du schon gesagt hast, das ist so ein, ja, verbaler Eingriff in die Entscheidungsfreiheit von Menschen und die finde ich nicht in Ordnung. Also, würde ich so nicht, ja, nicht tun, sowieso nicht, aber auch als, als Fan des Vereins hätte ich das komisch gefunden und wenn du dann auch noch siehst, ist, dass der eigene Vereins Twitter-Account das Ding dann auch noch irgendwie raushaut und wie die Fans dann da im Stadion auch irgendwie da drauf reagieren, also, weiß ich nicht, ich fand's mehr als grenzwertig. Habt auf jeden Fall recht, tatsächlich ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass es tatsächlich eine gewisse Problematik mit sich bringt, aber bin ich voll bei euch, ja, stimmt, habt ihr völlig recht, ja. Es hat immer so eine Frage der Überinterpretation, aber mir ist es gleich negativ aufgefallen, deswegen, naja, aber, ja. Ja, ich hab als erstes nur irgendwie so einen textuellen Auszug, der, glaube ich, irgendwie, kam der bei Fumms oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr, also irgendwer hatte so einen Textauszug, den fand ich schon irgendwie merkwürdig und dann gab's irgendwie einen Tweet, so nach dem Motto, guckt euch das nochmal an, das ist doch total aus dem Zusammenhang gerissen, dann hab ich mir das Video angeguckt und nee, es ist nie aus dem Zusammenhang gerissen, es ist genauso platt und blöd, wie es da stand. Ja. Aber gut, also ein gerechtfertigter Nominierter in dieser Woche. Dann haben wir die zweite Nominierung, die kommt von Mar Pilgrim und zwar der Herr Uccia, der sich beschwert, dass er, weil er vor dem Eintracht-Fanblock sein Tor feiert, mit Bier begossen wird. Frage ich mich auch, wo warst du die letzten Jahre? Leute, das war ja wohl mal auch absolut unter aller Kanone, also diese Feierei direkt vom Block und diese Provokation und sich dann noch darüber zu beschweren, das ist wirklich ein hartes Stück, also generell, eigentlich könntest du die gesamte Mainzer Mannschaft für die Feierei da vom Block, also gehört sich überhaupt nicht alle sagen, eskaliert mich so und reizt die Leute nicht, bitte deeskalierend sein, also Vorbildfunktion habe ich da nicht gesehen und also wer sich dann über eine Bierdusche wundert oder auch ärgert, dem ist nicht mehr zu helfen, glaube ich, also Tummschützer der Woche meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr verdient. Ja, kann man auch einfach die Klappe halten, ich meine, am Ende hat man selber auch einen Fehler gemacht, ich finde es auch nicht cool, dass irgendwie, Bierdusche ist auch noch weniger problematisch, aber man muss ja auch nichts an die Leute werfen, das macht ja auch keinen Sinn. Das stimmt allerdings. Ja, aber es ist halt auch einfach eine mega blöde, blöde Situation gewesen, ich meine, man sieht es, wo die Eintracht-Fans sind, alles war provokant, unnötig provokant. Ja, also das war bewusst allein schon die Art und Weise, wie er sich da auch auch hinstellt und so weiter, also das war mehr als provozierend und dann, wie du schon sagst, dann hält man danach halt einfach auch die Klappe. Ja, gut. Die nächste Nominierung kommt vom SGE-Papa und von Sunny2k1 und zwar Uli H. für seine Aussage zu dem nicht gegebenen Abseits-Tor im letzten Spiel der Bayern. Ja, da merkst du halt auch wieder so Fähnchen links-rechts. Für die Bayern immer alles gut, gegen die Bayern alles schlecht. Ist wahrscheinlich bei jedem anderen Verein genauso, aber in dem Fall bekommt es halt nochmal so diese Uli-Haar-Note. Das war jetzt wegen der Zentimeter-Entscheidung. Ja, genau, wegen keine klare Entscheidung. Man muss ja tatsächlich sagen, ich will hier Uli H. nicht in Schutz nehmen. Natürlich musst du, wenn du bei jedes Tor wird überprüft und so weiter und es war Abseits, dann ist das so. Es ist super ärgerlich für die Situation im normal laufenden Spielbetrieb und ob diese Linie hunderttausendprozentig korrekt immer eingezeichnet ist und so weiter, sind wir uns ja auch alle immer der Videobeweis. Ich glaube, heute hat auch, wer war es denn, wer hat sich denn dazu heute auch nochmal geäußert? Ich glaube, es war Bobic, der auch nochmal gesagt hat, gerade bei der Situation, ja, da ist es super Unglück und es ist super knapp, aber es ist auf jeden Fall korrekt. Die Situation ist ja eher problematisch, auch gerade in den Handspiel-Situationen. Das war auch, glaube ich, das, wo Bobic sich heute heute dann wirklich nochmal sehr negativ zugeäußert hat, dass gerade da eine klare Linie gefahren werden muss. Hier kann sich Uli Hoeneß natürlich darüber aufregen, dass es so eine und vor, bevor Einführung des Videobeweises wäre da hundertprozentig kein Abseits gefilfen worden, aber auf der anderen Seite finde ich gut, dass auf jeden Fall hier eine Linie da ist und auch eine Linie im Sinne von eine klare Linie, dass Abseits ist eben Abseits. Auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass da ein bisschen mehr Klarheit gerade in die Handspiel-Situation kommt, aber ich fand wirklich, die Saison war da echt ätzend und bei jedem Spiel wurde es irgendwie dann doch anders ausgelegt und ach, naja, jetzt darf der Schiedsrichter doch nicht eingreifen, der Video Assistant Graffiti, also ich muss wirklich sagen, für einen Fan, der da betroffen war, wir haben, haben wir eine, ein oder zwei Situationen glaube ich auch gehabt, wo es nicht ganz so hundertprozentig war, das ist, ist schon ätzend und dann macht es auch wirklich keinen Spaß und da hat man dann auch keine, keine Lust mehr und sagt auch, was will ich mit dem, mit dem Mist, wenn er eh nicht gescheit funktioniert, ein bisschen schwierig, das ist denke ich, Uli Hoeneß hat natürlich wieder die Situation typisch, wie du es schon gesagt hast, René, für sich, ah, ich will die Bühne mal wieder haben und ah, die Bayern wurden hier wieder beschissen und was ist das hier für eine Kacke, das braucht kein Mensch, prinzipiell aber den Videobeweisen Diskussionen zu stellen, nicht für diese Abseitssachen, aber für andere Bereiche auf jeden Fall, dann zumindest was, wo ich sage, ja Uli Hoeneß, da hast du recht, da kann man mal drüber sprechen, ob das alles so in Ordnung ist. Und dann haben wir noch eine letzte Nominierung von unseren Hörern bekommen und die kommt von Taunus Appel und zwar die FDP und da genauer Svenja Hahn für ihr doch sehr fremdschämendes Tutorial zur Briefwahl bei der Europa oder zur Europawahl. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das wurde uns vorhin per Twitter geschickt, die haben auch ein YouTube-Tutorial gemacht, irgendwie in drei Schritten zur Briefwahl und die gute Frau versucht das in so einem ja, sehr jugendhaften, total übertriebenen YouTube-Style dieses Tutorial da zu machen. Also ich gucke mir ja gerne mal irgendwie Mist auf YouTube an, um mein Hirn irgendwie mal leer zu kriegen, aber ganz ehrlich, das ist, dagegen ist Bauer sucht Frau, hat einen Oscar verdient von der Qualität her gegen das Ding, was die da abgeliefert haben. Meine Fresse ist da schlecht. Okay, ich habe es nicht gesehen. Echt großer, großer Fremdscharm. Ich hänge mal den YouTube-Link da mit rein, dann könnt ihr euch das angucken. Also ich bin nicht mal bis Schritt 1 gekommen, ich musste vorher schon ausschalten, als mir körperlich Schmerzen bereitete. Damit sind die Nominierungen unserer Hörer durch. Habt ihr noch jemanden, der es, den es zu nominieren gilt? Nö, meine Nominierung war dabei. Also ich, normalerweise schon, du hast vorhin schon was angesprochen, René, im Vorlauf, also Braco hätte normalerweise ja auch eine Nominierung verdient, nicht speziell jetzt für irgendwelche konkreten Aussagen, aber wie es sich da wieder verkauft hat im Sportstudio, das war wirklich, meiner Meinung nach, auch, oder einfach nur, es ist auch ein gewisser Fremdschirmfaktor. Ich kann nicht verstehen, dass du wirklich, ja, also, in so einer Position beim FC Bayern, der ja wirklich angeblich die, die Nabel der Welt, wollte ich schon sagen, aber Nabel des deutschen Fußballs darstellen soll, hast du dann, nee, ist ja der Wunsch im Endeffekt der Bayern und dann setzt du einen Braco dahin, der im Endeffekt wirklich sich so unsouverän auf dem Parkett bewegt, das ist für mich einfach nur, einfach nur krass, also auch Aussagen dann drin wie, ah ja, ich freue mich jetzt so drauf, wenn, na wie heißt der denn, unser Freund Oli Kahn jetzt mit dabei ist und dann kommt die neue geile Generation hier, da denke ich mir auch nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also der FC Bayern war ja schon schlimm, ob es schlimmer werden kann, weiß ich nicht, aber besser oder die geile oder die Superaktion, wenn die pfeifen dann da vorne an der Mache sind, also es wird auf jeden Fall interessant und nicht langweilig und Braco in der Hinsicht einfach als nominierter für mich, weil er einfach eine absolut unsouveräne Pappnase ist, die da im Endeffekt rumläuft, aber gut. War ja auch im Sportstudium mehr oder weniger absurd, ja. Ja, also ich habe mehr im Vorgang zur Sendung nochmal versucht, diese 25 Minuten Zusammenschnitt auf YouTube anzuschauen, ich bin da auch, glaube ich, maximal bis Minute zwölf oder irgendwas gekommen, dann war es mir auch echt zu viel, also wie du schon sagst, Dennis, das Auftreten da so in Summe war halt auch sowas von unsouverän und gerade wenn du dich da für mehr hältst als Verein, dann solltest du den Leuten da auch irgendwie so ein bisschen was an die Hand geben, ja, mit denen sie da halt auch besser auftreten können, ist, glaube ich, durchaus auch berechtigt. Gut, dann haben wir, glaube ich, an der Stelle alle Nominierten soweit durch. Ihr wisst, was zu tun ist, wir hauen wie immer eine Abstimmung auf eintracht-podcast.de, da könnt ihr dann abstimmen und dann werden wir in der nächsten Woche gucken, wer da das Rennen gemacht hat. Ja, und dann brauchen wir jetzt was, um uns wieder zu freuen und deswegen kommen wir jetzt zur guten Tat der Woche. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und der Vorschlag zur guten Tat der Woche kommt diese Woche von Ed Chancen, Tod TM und zwar hat er uns darauf hingewiesen, dass die Eintracht nach dem Ausscheiden in der Euroleague ihre signierten Spieltagstrikots zugunsten der deutschen Sporthilfe versteigert hat. Finde ich eine großartige Aktion und ja, sollte an der Stelle einfach mehr als erwähnt werden. Sind die schon versteigert oder werden die noch versteigert? Ich habe das gar nicht so richtig gelesen gehabt. Ich glaube, die sind noch in der Versteigerung. Ich meine, die werden noch in der Versteigerung, ja. Ja. Ich meine zumindestens, ich gucke da nochmal, ob ich den da nochmal einen Link dazu finde, dann hänge ich den noch mit in die Shownotes. Genau, Versteigerung läuft bis Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr. Der Gesamterlös kommt der Förderung der deutschen Sporthilfe zugute, die rund 3000-4000 Nachwuchs- und Spitzenathleten in 40 verschiedenen Sportarten unterstützt. Genau. Finde ich super. Sehr gut. Also von daher kann man da noch teilnehmen. Allerdings, wenn ich das so richtig sehe, braucht man da ein bisschen Zeit, weil so viele Leute versuchen da irgendwie mitzumachen, zumindestens jetzt gerade, dass da man die Versteigerung nicht aufrufen kann, also vielleicht eher so in den Randzeiten machen. Aber ich hänge den Link dazu dann nochmal mit in die Shownotes. Ja, hättet ihr noch Ergänzungen zur guten Tat? Nope, 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 Dann gehen wir auch schon direkt weiter zum nächsten Thema und das wären unsere Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Diese gechillte Musik, Wahnsinn, ich liebe es, ich liebe es. Ja, die ist echt großartig. Ja, wir hatten das Thema gerade eben schon mal bei den Dummschwätzern ganz kurz angerissen. Es ist bald Europawahl und ich hatte euch ja angedroht, dass ich euch da immer mal wieder so ein bisschen mit belästigen werde. Und zwar bei Lage der Nation, was eigentlich immer eine Empfehlung wert ist, wenn es um gute Podcasts zum Thema Politik geht, haben sie in der letzten Folge oder in der aktuellen Folge, je nachdem, wann man das jetzt hört, noch mal so ein bisschen dieses Wahlsystem zur Europawahl erläutert und geben auch da noch mal Hinweise auf verschiedene Tools, wenn man sich noch nicht so ganz klar ist, welche Partei man am Ende dann da wählen möchte. Da gibt es ja unterschiedliche Angebote und sie haben da so zwei, drei mal, die sie kurz erwähnen und auch erklären und die auch auf deren Webseite zu finden sind. Und deswegen habe ich gedacht, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hänge mal den Link zum Podcast, zu der aktuellen Podcast-Folge da rein und dann könnt ihr euch sowohl... Welcher Podcast denn, hast du noch nicht gesagt? Lage der Nation, doch, sagt ihr. Ah, ja, okay. Genau, dann könnt ihr euch sowohl die Tools da angucken, als auch, wenn ihr noch ein bisschen Platz in eurem Podcatcher habt und den da noch nicht drin habt, mal da auf den Abonnieren-Button klicken. Sehr cool, gut. Was habt ihr denn noch? Nur, ich habe eigentlich nicht viel, ich habe nur eine Empfehlung, wenn man Wrestling-Fan ist, dass man ein Auge drauf werfen soll, dass die... Es gibt jetzt bald eine neue Liga, die heißt AEW, also AEW auf Deutsch und die hat bald Ende März, in zwei Wochen ein Pay-Per-View. Der ist schon relativ vielversprechend und das Ganze wird noch besser, weil sie bald auch einen TV-Deal haben und damit werden sie wirklich zur Konkurrenz der amerikanischen Top-Liga in den USA, also logisch amerikanisch dann in den USA, BWE, also das wird eine Konkurrenz werden, es gibt einen Primetime-Slot bei TNT, also lineares Fernsehen, aber natürlich auch non-lineare Ausstrahlung wahrscheinlich. Mal gucken, wie es in Deutschland ist, also was sich in Deutschland auswirkt, aber es zeigt, es tut sich was gegen die Frustration, die auch du, René, immer wieder spürst. Ja, ich habe jetzt seit ein paar Wochen echt nichts mehr geguckt, weil nach der ganzen WrestleMania-Dings war die Storyline echt schlecht. Mhm. Ähm, AEW, das ist jetzt die, wo auch Ambrose und die ganzen da jetzt hin wechseln für Geld. Ja, Ambrose war, wissen wir nicht, also Ambrose ist das ja, nee, aber wo Cody Rhodes und so weiter und so fort. Ja, okay, ich dachte, das wäre bei den Ambrose auch schon klar, okay. Nee, noch nicht, noch nicht, also habe ich noch nicht gehört, ne, aber es geht alles in die Richtung, ja. Na gut. Ja, dann. Okay, sehr gut. Schauen wir da mal, mal rein, vielleicht ist es dann da doch nochmal irgendwie ein bisschen spannender und ansonsten. Da wird was passieren, es wird gut, wird alles gut. Ja, ansonsten gucke ich mir wieder auf YouTube irgendwelche, äh, WWF, äh, Altshows aus den 80ern und 90ern an, das geht. Das geht immer, das stimmt, ja. Ja, Tatanka gegen wen auch immer, kann man sich machen. Ja, und wenn ihr, und wenn ihr mal wissen wollt, was wir früher, äh, immer so gemacht haben in der Anfangszeit des Internets, könnt ihr natürlich einen Ringfuchs hören, weil da haben wir uns nämlich mal mit beschäftigt, was früher Wrestling-Fans so im Internet gemacht haben, in Sachen Foren, wie, wie man sich, ähm, Videomaterial besorgt hat und so weiter und so fort, haben wir mal drüber gesprochen. Ah, sehr gut. Wrestling 2000, ich war früher im zweiten, im Jahr 2000, habe ich mich zum ersten Mal beim Cybord, dem damals größten Wrestling-Forum angemeldet. Absolut, absolut, ist auch heute noch das größte Wrestling-Forum, aber wenn du überlegst, wie viele Jahre das her ist, 19 Jahre, das ist krass. Okay. Nur gut. Ja, sehr schön. Dennis, hast du noch was? Nein, ich habe tatsächlich keine Empfehlung. Okay. Dann machen wir da den Deckel drauf und ja, der Jan hatte gerade eben noch im Chat geschrieben, dass sein der Empfehlung ist, einfach mal die bisherige Saison zu genießen. Ich würde sagen, diese Empfehlung können wir absolut weitergeben. Nach dem Samstag, nach dem Samstag. Genau, aber auch bis, auch bis Samstag, also genießt jetzt einfach mal die Zeit, macht euch den Kopf ein bisschen frei, Anspendung gerne dann nochmal am Samstag von, weiß ich nicht, wann auch immer ihr auf dem Weg nach München seid, bis zum Abend. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche und ein hoffentlich für die Eintracht erfolgreiches Fußballspiel. Denkt an das Kontaktformular für die Aufkleber. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack hiermit zu. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. 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 Hey! Hey! Es kann ja man bon! Hey! Hey! Es kann ja man bon! Es kann man vor, hey, 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 es kann man vor.